Ein Livestream von Steampunkthouse2, oha, ich hab's wieder angemacht, ich hätt's nicht gedacht, aber es geht wieder los, ja. Wir bauen unseren kleinen Turm, noch größer! Ja. Toll, und wir werden jetzt eine Boss-Ginger versuchen. Nein, eine, eine, nicht eine Boss, eine Herausforderung. Ja, das ist genau mein Ding. Türme bauen. Quest! Ach, stimmt, die Herausforderung, das ist ja noch Quest noch. Okay. War die Begrüßung jetzt nicht, voller Elan und super motiviert? Hallo, ich bin auch da. Hallo, ich bin Steve, ich bin auch dabei. Oh man, traurig. Du hast mich gar nicht erwähnt. Klar, ich hab dich eben indirekt erwähnt, dass du ja Ritter bist. Oh man, ey. Wie hoch kannst du denn Turm endlich bauen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich noch ein, zwei Ebenen oder so. Hast du? Weiß ich nicht genau. Das ist immer levelabhängig. Also wenn ich levelabbekomme, kann ich mein Turm upgraden, kann dann, ja, alt, ne? So. Hier kann ich halt, äh, das, den größer machen, aber, ich glaube ich noch mehr Leben und sowas aufpacken. Ich lass mal erst mal teile. Das muss ich ja auch bauen, erst mal schaffen. Wann kommen die, die Räder? Oh shit, warum sind die so stark? Hau mal die so viel Schaden. Was? Was sind das für Räder? Ja, die machen, das sind Räder. Ne. Ich weiß, der funktioniert aber nicht. Jetzt sind wir noch nicht da. Ne, zu uns. Doch, das ist die Herausforderung. Wie soll ich das schaffen? Meine Türme sind alle da. Das ist mal Vorsprung kurz nochmal. Wo muss ich die Einheit da noch verschieben? Äh, so. Oh shit. Okay, 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 okay. Die Räder, die kriegen wir weg, oder? Oh, Leben zu verlieren? Sehr schön. Oh oh. Shit. Was? Wo habe ich Schaden bekommen? Oh mein Gott, die Herausforderung ist ultra schwer. Vielleicht darf ich keine Welle immer noch alles skippen. Alles gelandet, ich muss sie nach oben verschieben. Ich muss sie bezahle, ich kann nicht nutzen. Oh, steht die Räder kommt schon. Oh oh. Okay, lassen wir es mal aufladen hier. Warum die denn, äh, wenn die voll sind? Genau jetzt. Und du hast den Emote editiert? Als ob das geht. Also, als ob das so eine neue Sache gibt, so wie es geht hier. Voll Dreck. Ja, das ist halt. Das Einzige, was gut aussieht von den letzten. Gut finde ich es auch nicht, wie es aussieht, ja, aber... Eine Sonnenbrille, Alter. Nein, ey. Ja, ja, und sowas. Bei dir ist ein Turm weg, oder? Ja, ne. Alles schägt. Ja, doch. Wo ist der Elektro-Ding? Ne, das ist eine Herausforderung. Ich habe nicht so viel. Achso. Also, du musst mit denen auskommen, was du hast. Genau. Das ist so schwer, gerade. Lad nach. Lad nach. Turbo, bitte. So, glaube ich. Ja, weil ich habe ganz wenig in Leben ausgestattet. Ich glaube, ich habe es geschafft. Alter. Ja. Uuuh. Ha. Geil, Alter. 1030 Gold. Oh yeah. Das schmeckt mir lecker, Alter. Was ist es eigentlich in den Kisten immer drin? In den Silbernen? Generell. Du öffnest die immer so schnell, man sieht gar nicht was drin. Äh, das gibt es nicht. Das geht auch nicht so schnell. Finde ich auch kacke. Das ist so. Ja, ja, ich skip das nicht. Das ist vom Spiel her so. Ich dachte... Nein, nein, nein. Ich würde es auch mal angucken. Ich sehe es immer nicht. Das ist einfach Teile für meine Waffen zum Upgraden. Die habe ich dann bekommen. Also, ich kann ja meine Türme Upgraden. Und das ist ein Teil, die ich verbrauche. Also, ich brauche für alle Sachen, die Upgrade, da brauche ich immer Teile. Dann sehe ich für meinen Turm, da brauche ich auch Teile. Und das Upgraden. Oh, ich kann... Truppen... ...verstärkt die... Jetzt... Was hast du daran gemacht für einen Teil? Was hält denn an? Ich habe keine Ahnung. So eine Box... Ja, oder so eine Stickerpack oder sowas. Ja, was steht denn da, wenn ich... ...überhitzter Dampf kommt nicht mehr. Was überhitzter Dampf kommt nicht mehr. Drücken aus. Plus 6, minus 6 Schaden für die... Ja, plus... Ja, 30... Mehr Panzer für den Turm ist nicht schlecht, nehme ich mit. Der Strahlbach. Oh, der macht schon mehr Schaden. 6 Schaden mehr. 1.300. 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 es ist auch nicht unbedingt besser es ist noch anders natürlich der große was z billiger naja und eigentlich geht es gern von deutschland ich habe gelesen 70 wie dieses jahr wir das nachladen hier lieben nein und dann habe ich mir schauen bekommen und sehr schön das ist richtig geil online bin ich bin seit 9 uhr 9 alles klar es ist ein timer wie lange wie viele minuten und sie konnte ich gleich bin das ist das würde da uhr da stehen man muss auch schon das richtig verstehen ist anscheinend doch nicht ganz so einfach wie ich habe gekriegt habe ja 3000 ist das teuer aber egal da kommt noch die bedingung noch mal nehmen weil die kostet nicht so viel was ist weiter schämen ja das stimmt dort wird stimmt das aber was die vermögt ist wieder meine ich sollte bisschen mehr cash machen aber dafür ja ich habe teile dafür und muss ich dafür ich probiere das ganze mal aus guckt an wie es läuft ihr könnt gerne eure fragen stellen hast du überhaupt noch twitter ja ich habe sie noch auf dem handy bei telonym sieht das bisschen anders aus ob du erst meinen twitter entdeckt hast oh man da habe ich schon ewig die ist der pause sind also wirklich kann ewig wirklich ewig was hat links unten was mit pressefreiheit was ich habe nicht genug geld was gibt mir steuern ab durchs krankenhaus mit hose voll da kippt der deutsch autismus ich weiß nicht wo du gerade bist ich weiß wo du bist du hast dein youtube-kanal ja das stimmt das war ein stream-titel ist das direkt daran so schlimm das war glaube ich outlastet oder sowas ist ein horror game war das war irgendein horror game ja dann ist der titel auch nicht schlimm passt dann dazu warte ich jetzt bis das geld da ist nirgendwo alter wie lange hängst du mit den hochladen zurück ich habe fast ein jahr vor produziert alter letztes jahr war ich mit den uploads irgendwann bei dezember 2020 bis dahin kommen ablust wenn ich jetzt nicht machen würde würde bis dezember 2020 noch videos hochkommt glaube ich ja lass mich gucken ich habe also ich habe das v-prinzip ist einfach halt jede zweite woche freitag um 14 wo kommt ein neuer stream wie ab lotto ich habe es über ich habe auch eine woche stelle aber nö ja und von ist zehn stunden version 25 25 ist der dezember ist der letzte was ich hochgelade 20 für das nächste aber ich habe noch fünf oder sechs videos jetzt schon noch dadurch nicht hochladen weil ich halt umziehe und dann mehr wandbreite ab und deswegen sage ich kann ich auch nicht viel mal so viel wandbreite ab geht vielmals so schnell ja und deswegen habe ich noch nicht hochgeladen aber ja ich habe ein bisschen produziert also wenn ich jetzt sterben würde man trotzdem noch ein jahr die alten stream sehen ja das ist eine gute reingehendweise auf jeden fall ja so zu denken wenn ich jetzt sterbe denn okay ja definitiv alles klar ja ja genau gehst du nicht immer so ran muss ich mit dir bisschen mehr geld machen aber ich habe ich habe es überlegt auf zweifach jetzt der ton her weak points strom und raketen welche tonen die haben gar kein blitzschaden hässler aus der 14 wie viele truppen kommen denn hier an der faustanaten die das ein separat ja ich habe meinen ich habe einen ton wieder hier bitte heißt er wird er ich war ja muss eine herausforderung da konnte ich ja doch keine effekte nutzen gerne keine perks und sowas und deswegen hatte ich ja die ganze scheiße das ist schwer so würde schon danke weg und dampfen wir die gegner her bedanken die ersten die das heißt er tot schraube ein kleinteile die heißen sie mann die gleiche die kleine flugzeug was die heißen gut zu euch einer bloß über das einfach so naja ist der hat er sich verhalten für den der blitzkrieg so und so so passen ich habe ein stemm verloren das ist doof egal wir sind jetzt zwei wir kommen denn hier nicht schon wieder habe ich jetzt nicht schon das angefangen weil ich noch nicht aufgeladen das war nicht so ein ratten sie ja sie haben alles so viele ausgereist ist auch naja es ist ein kampf woher ist okay da kommt ihr danke ich bin dir raus weg sehr schön dampf freundlich meinigkeit bräuchten die skippen genau so ich bin ich bin bei steampunk jetzt ganz ungelistet weil ich einen zuschauer habe ich bin ganz ungelistet weil ich kein anderes ja 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 das schafft man wenn du mal kraft spielst musst du das schon ein bisschen mehr skill haben aber dann bist du sehr bekannt sein das schafft man das schafft man das auch aber dann würde ich da weit entfernt wahrscheinlich auch noch kann man nicht vorstellen dass weinkraft immer noch beliebt ist oh doch das ist noch beliebt echt mhm dann machen wir die quest obwohl erst mal geld wollen das ist wichtig warte noch bis das geld hier da ist ok das sagen wir mal die aber 800 oder sowas das wäre ein bisschen viel jetzt zweimal wenn wir das hier wegschmeißen das will ich nicht aber ich kriege immer nicht mit wenn ich tesla zeug bekomme ich für unbedingt ein tesla upgrade ja wann jetzt dafür schade kann ich neue schütze kaufen eigentlich die klaue die mag ich aber nicht dann machen wir die mission hier wir haben guten shit immer aber in den taum wirklich geld problem ein bisschen ist nicht so gut das ist nicht so gut digga schlägst du mal auf dein mikro oder was ist das hm mach ich aber mal macht mir spaß ich bin mit der hand gekommen gegen das cable so tut mir leid dass ich so bis ich bin dass du immer oh na dann ich brauche um es gibt irgendwie raketen noch irgendwie die brauche auf jeden fall ich mir raketen haben mein turm weil das ist auch nicht ein kampfturm wenn er keine raketen drauf hat oh shit oh shit vor allem von der seite wenn der auto ist ok los der abwehr ich bin nicht so gut klappt Oh nein, Panzer. Die Blitze machen relativ viel Schaden. Das ist gut. Ich mache ultra viel Schaden in Panzern. Das ist sehr gut. Das macht es mir nur einfacher. Ich will mich nicht beschwören. Blitz raus. Schöne Sache hier. Was? Wer schießt die Rakete auf meinen Turm? Als ob ihr kleinen Missilzeiten Raketen schießt, Alter. Ich glaube, es hakt auf meinen schönen Turm her. Vor allem kann ich mich nicht mehr angreifen, soweit ihr weg seid. Ich hätte vielleicht auf Range gehen sollen. Oh Mann, ist das ein bisschen sehr doof. Egal. Was? Ah, ich kann hier noch abschießen. Okay, ich habe nicht zugegeben. Warum schießen die auf 160 Erfahrungen? Okay, Dialog überspringen will ich nicht. Oh, Geld. Auf mein Geld habe ich Teile bekommen. Ich brauche Teile für meine Blitze. Nö. Habe ich Teile bekommen für meine Vespe? Äh, nö. Habe ich Teile für die Pfeile bekommen? Ja, auf jeden Fall. Ja, habe ich auch nicht bekommen. Okay, hä? Was soll ich denn Teile bekommen? Dafür bekomme ich... Ich will dafür keine Teile haben. Aber dafür brauchen wir auch keine Teile. Was ist denn das hier für ein Quatsch wieder? Äh, verteidigen sie... Was ist das? Ach, das... Und die beim... Okay, die all gut. Das ist klar. Was gibt's hier? Das würde ich eigentlich nicht haben. Äh, Hochsprung. Ja, das möchte ich vielleicht schon an. Den Hochsprungsverstärker. Den würde ich schon gerne nehmen. Was? Als ob der halb down ist. Never. Der war nicht halb down. Was ist die Panzerung? Was ist denn... Was ist die Panzerung? Was? Was ist die Panzerung? wo man liegt noch eine neue reihe wo ich die raketen einstellen kann ums gebiet ist ja nicht immer noch feldschweig sieben er wird immer sagen die bücher das heißt in die Haken gefressen jetzt geht es los oder das hat sich gehört ich bin einfach runter und es ist so easy da muss das schon alles leer hier was macht ihr denn hier so weg mit ihm da sind es laut aus oder sind die rote nicht recht gegen was sind unsere raketen wenn er hier nach ganz normale team sollte hatten mit rockaden werfen bestehen es geht was sind sie wirklich schlimm damit rockaden werfern das sind die schnellfeuer mgs da er sind keine mgs aber dies ist sie sehen aus schon dagegen ist effektiv um die raketen abzuwerden dass sie hier heuschrecke oder nicht aus dem heuschrecke uja gar nicht gesehen aber klar ist täuscht ähnlicher und das ist dafür zum schnallen aber die kenne haben so ein bisschen sich nicht so viel an den punkt operieren nichts die sie hier ohne nachland so fertig 200 was was immer noch machen gerne es geht auch die wieder auge 1000 hat die oh mein gott noch mehr das machen soll schade es kostet 3000 wir machen das hier frei von den mindestens zwei das machen wir auch kein problem wir machen das ok da sind sie die großen wegen stück für schneider die raketen weil du bei den auch mehr ausdruck zu strengen hast bei welchem bei dem auch ich mini guns ja ne aber ich meine generell die da war die großen panzer die größeren die waren schneller down als die klein ich könnte nicht immer dampfstrahlen jetzt obwohl oder was soll's die 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 fußbäste naja verstehe ich war das der strafe verschwörung dabei ist egal was du mal von den reisen angreifen das gefällt mir nicht schlecht weil ich bin mir eine seite im aufladen deshalb das war effektiv auch städtisch seitdem egal das schaden ist egal jetzt hier so lass uns einen von den rausserung blutzeinstecken das war wirklich knapp eben nicht so dicht dran kommen das war erstaunlich viel laut mannig auch so fähigkeiten einsetzen vor den dingen legst eine mine nicht aber ja es gibt es aber die kosten alle geld das heißt nein hier gibt es kein echt geld nicht echt geld das ist die münzen aber die sind relativ teuer die sind ja du kannst einmal stachel darum legen dass sie ein bisschen verlangen sind wenn die einheiten glaube ich dann kannst du dich schnell nachlassen deine türme und irgendwas war noch das ist alles so ja es ist okay aber es kostet viel zu viel dafür dass es bloß okay ist das so ach so bis jetzt nicht so sicherlich sind da wirklich was zu investieren weil es bis jetzt nicht sogar ein alter das brauche ich unbedingt weil es war immer so okay ja es ist da schick kommt wieder rein sehr gut noch davon der schritt holen fast weg ist alles und davon ja auch ein bisschen shit aber ich meine kann die genug hat davon haben ja mit großbestände sagen alles einmal bitte danke das geld auch alles richtig knackig hier verstehe ist nicht älter die tumpen so muss irgendwas an meinen türmen verändern hier aber gut ich sehe gerade man kann maxim noch ein etage erweitern wenn es voll das so okay also geht es nicht unendlich es gibt einmal alle kanonen werden ach so alle kanon kannst du im voraus mit den super schuss oder mit der super fähigkeit starten sie denn einmal hier das ist die truppen bei einem verlangsam genau für tausend und dann das schnell nachland für 4000 gibt es super abwaffen also für die granate finde ich am geilsten ist ein blitz und dann noch so eine fette rakete blitzwelle ja hm für den preis ne den boss camp freiglich nutzen also dann brauche ich sie auch nie der boss camp würdest du noch nutzen aber darfst du nicht nutzen dadurch ist es immer so ja erstmal hier snorri musst du machen und dich nicht mehr abbekommen und dann wieder neue gebäude bauen können weil das ganz viel wie heißen sie hier Panzerfausterrat ok sie haben nicht getroffen ist es gut mein glück dass sie nicht getroffen haben wenn wir da im gs als abgewertet haben shit shit wenn man schon nahe mein turmrand das ist ganz schön sie kommen da ran ok lasst sie raus lasst die hunde los bei der fette gerade rein können einfach da aber das war geil schwerer kanon meisterich freigeschalt hat sich das ist doch schick das klappt ganz gut die abwehr ja jetzt auch vor der rd das ist auch das sind ebenso da war ja irgendwas das war hier bis nach truppen kommen ich muss hier bis nach einer zeit kurz war doch fast leer gewesen und hier waren gar nicht nachgedacht ups da war ja irgendwas was ah da von beiden seiten oh shit alter alter machen die viel schaden ho ich war fast down 140 erfahrung Level A Level Up Bahn auf der F5 schweres das ist schweres single level level 3 ok freundlich mittleres was Quartal F5 was ist das warum heißt das mittleres Quartal Questbelohnung ja dankeschön ja gib mir den shit Dialoge verspreche ich will keine Dialoge ich will keine Dialoge ja ok ich habe es auch geschafft das ist schön ich habe richtig viel Geld bekommen ich habe unbedingt die Gebiete weil die bringen mehr Geld das ist geil mehr Geld Bahnhof boah oh das sieht schick aus ich will jetzt losschicken irgendwas zu holen weil das wird das ist sehr kostspielig die upgrades hier jetzt kann ich nicht ab Level 11 gibt es wieder cool shit oh man das kann ich auch nicht abgören oh ja der Quest ja ah ok das ist eine Voraussetzung ich weiß ich verstehe es nicht äh abgöre ich das auch hm 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 ja ja was soll's das war im Lager mittlerweile schon teilen oh das sieht nicht schlecht aus wie sollten wir von den Rohren holen also haben wir nicht noch grüne punkte mehr aber wir brauchen definitiv vier aus vier stück davon ja das ist viel zu wenig viel viel zu wenig 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 ja mein teil ist ein teil er um sie verteilen muss man abwärts kann man zaubern von daher würde ich gar nicht erwarten hast du genau und so dass er wusste bin ich für die anderen gebiete weil es wird jetzt in dem gewissen ultra knackig auf einmal vielleicht zum anderen war es so wie ja das ist gar nicht gut dafür sonst immer so ja aber ich habe ich habe keine ich habe nichts ich habe alle teile investiert ich kann sie nicht besser machen ich habe keinen neuen türme ja aber die ging hat auch kein xp mehr ich muss am meisten xp bringen die story mission ist und die maria gibt es ja nicht aber ich würde ich jetzt einfach für ein bisschen kackt das ist so ja aber das bringt halt auch aber es ist eine spiel aber so ganz ganz wenig das ist ganz komisch kann nicht sein dass es zu wenig was bringt soll das ist riesengroß alter kommt noch richtig viel jetzt werden wir jetzt 2 ich glaube deutschland sich dabei verstehe ich nicht ja aber wollen paris ist grenz an england irgendwas habt ihr gegen deutschland irgendwie mochten sie deutschland nicht bei dem spiel verstehe es auch nicht aber wann sie wohl nicht ganz so kritisch da möchte ich lieber das war schön nachladen bitte relativ bin ich schade staune ich freue mich schon bis auf die neue wohnung aber erst mal euch geändert ist da freue ich mich nicht drauf wieso erst mal na nächsten dienstag kommt erst einer macht die anschluss ja dafür dass die gast haben zuerst dann haben wir auch 20 januar können wir abschließt machen ist es schon ein bisschen sehr kacke ja und frech ja ich konnte sagen nein sie haben ich hatte bei der bei der buchwerke war ein vielleicht auch schmerzen möglich oder ich stehe den termin schon vorher raus fest ja okay macht schnellstmöglich und zuhause weil wir noch gewesen 20 januars von den schnellst als frühester termin okay ne macht schnellstmöglich und denn es rausgekommen später februar okay danke dafür schneller als 20 januar weil schneller genau das habe ich mir auch gedacht ja da machst du nichts nur bloß zehn tage ja aber ist es halt von ich ziehe ein internet und ich ziehe eine boche internet doof weil ich hätte jetzt den ausgang nach urlaub nehmen können ich kann aber ich sagen auch zwei arbeitstag ein du mal ich muss warten wenn man zuhause an der telekom kommt zwischen 8 und 13 uhr irgendwann macht man internet anschluss muss ich irgendeinen nachbarn angefangen muss den freier kannst du mir einen schlüssel hergeben er nehmen für dings und bla und ach man ey naja sowas würde ich denn machen warum nicht als ob die nachbarn erkennst ja und was sollen die machen da kommt einer in der wohnung leer ja ja na klar ja wohnen nur ältere leute die wurden wirklich hauptsächlich ältere leute im aufgang ist aber nicht schlecht beide leute machen ein krach aber meistens keine tiere was für wir bekommen um mich zu beschweren ja und daher über die traum nachbarn also weiß ich nicht keine wird es ja ich bin bis jetzt kein traum nachbarn ich habe an sonntag auch kracht gemacht muss halt streichen ja ich hätte ich das ist ein farbsprünggerät bitte ja kompressor kompressor komponiert luft und hier wird kein luft komponiert das ist ein airless gerät es wird gar keine luft komponiert hier als luft auskommt das ist der heiße scheiß richtig heiße scheiß oh ja richtig teurer heißer scheiß wer war's denn bisschen über 300 euro glaube ich nur nur um zu streichen ist es schon viel guckst du für eine malerrolle kostet im baumarkt ist das schon verhältnismäßig sehr teuer maler kostet vielleicht 10 hat eine gute ja das ist wirklich schon eine gute maler oder denn naja aber dafür ging das streichen wirklich super schnell ist ein alter streichen mann ja das war nicht schlecht aber war in ordnung jetzt geht es mir daran jetzt erstens verwerten aber ich will er hat möglichst mit null rausgehend mit nur lebensmittel also was jetzt ist halt so noch ein bisschen shit da aber im tiefkühler zum beispiel soll ich da drin sein und macht ja auch sind ja nicht momentan doch also ich glaube ich noch war drin und so kräuter das habe ich zum beispiel geschafft aber jetzt brauchen wir auch keinen sinnvollen kühlschrank gab es zum beispiel jetzt hier ne macht irgendwo sinn ja das geld kommt das mit der wehrer zu dreien es ist der bestellung nach aufgeben hier bestellen mit des teils danke irgendwann kannst du jeden tag so unter einer black kann das bestimmt jeden tag aber ich nicht die dachpizza bestellen auch das noch nicht so gesund er ist doch richtig waren salat dazu näher das brauche ich ihn doch bitte ab und zu ganz geil und weil ich die pizzeria nicht hier also damit habe wo ich bin ziehe wird ok gute masse nummer so pizza marathon hier so für feier heute nie wieder da bestellen kann zwar immer richtig geil war die pizza und dann hat sie wieder gut das ist ein bisschen so ja ok 40 euro ja naja aber ich muss sagen ich habe es nicht wirklich die immer geschmacklich wo die war wirklich schon sehr gut dann richtige pizzeria pizza steckt man auch gut aber ich fand wieso so ds mit dem bägen und was immer so ich weiß ich kenne so dass man sich so als so graurig und ich weiß nicht was der andere so ds oder wie einfach denn ich habe noch nie so sondern die ist so gegessen also das ist immer so ist auch so von dies immer so ich in der kommunizierung ich weiß es nicht genau das passt verdammt gut auf pizza im geschmack ja weiß auch nicht warum ich habe das nie probiert ich kann mir das gar nicht vorstellen und die ganze sache doch definitiv definitiv viel fettiger aber als so verließe seine waffe hat auf jeden denn schitte nachladen hoch steht die ok auf der zeit hier und bitte was zu machen hier die truppen kommen ja alle angestellt und mein turm kaputt machen dass sich nicht eigentlich will meine zwei sterne behalten hier oben und auch gott ist wirklich knapp muss alles weg den jungen was ich hier sehe das ist ja nicht schlau wenn die spezialfähigkeit auf der einsatz diesen dampfstrahl die oben die oben die ich hier erst bei 1 habe die kosten aller geld aber deine waffen möchten auch blau ja so die ja aber bis jetzt mal okay hier können ich reinballer sofort ja es muss ich muss nicht so auf die versorgung 50 auf jeden fall und ich finde ich immer zu schade ist einfach ich weiß vielleicht kommt die nächste war ja irgendwann richtig fette tank tanks davon ganz viele und dann so macht das jetzt eingesetzt für blau ja jede eintritt hat noch so ein bisschen seine seine schwächen und seine stärken zb roboter sind halt super verstärkt schaden durch energie aber für resistenz gegen die normalen wesen sowas ja macht gesinnt so eine granate aufzuschießen weil die macht hat so ja fast keinen schaden ja ja gut stimmt aber die roboter nämlich das meistens auch anspruchs mit dem blitzen die glauben machen weil das ist wirklich die man sind sehr tanky ich hab's doch geschafft mit zwei sterne sehr schön ich weiß auch nicht warum es immer so schnell es gibt ich glaube es ist einfach ein fehler dass damit ich gewollt dass es so schnell es gibt guck mal wirklich hier ist paris was ist das deutschland hier oben ist ja mal sehr verschoben das kann niemand sonst schon hier oben sein so von der vormer wird es passen aber warum ist denn da london so es ist so komisch ist paris so sieht niemals deutschland die welt kann aus das frankreich direkt über von london ist es ist ein bisschen auch in der vormer wird es in deutschland passen ja vielleicht haben wir es ein bisschen rang geschoben ja warum ich perste gebiete und etwa italien 5000 ok mach einfach warum ist deutschland so komisch markiert ich weiß nicht vielleicht mein spiel auf deutscher städte wüssten ok das ist musik Hitler kämpfen für keine ahnung wer weiß schon ja im spiel ist alles möglich aber wirklich deutschland ist ausgegraut ich hab's noch nicht freigeschalten das gebiet obwohl ich kann es nicht wahrscheinlich überschlösser dran hier ist kein schloss dran was meine quest eigentlich jetzt werden sie challenge müssen wir machen ja nicht erobern sie den lokalen funkturm ach so ist rote ok beenden sie eine challenge mission ja die schaffe ich nicht dafür bin ich noch zu schlechten werden hätten ich habe die letzte grad so schon geschafft der turm sie auch genauso obwohl es ist ja nicht direkt an einem turm das ist ja ich habe fertig zu sachen also kann ich doch probieren mal ich bin aber richtig knackig kann ich mir das sehr gut vorstellen wird richtig schwierig aber es findet der schockroboter die klingt auch durch ketten werfer schaden ist diese steht könnte natürlich darstellen ja von mir ist auch für die tiere aber schockst du doch nicht gut jetzt ist ja keine challenge mission das ist ja ganz normal auch da ein seite wird aber dann schon knapp mit munition oder ich habe richtig hunger aber ich habe noch dosen suppen da die ich auch aufbrochen will weiß ich nicht mitnehmen möchte das wird sehr lecker ja das ist ich finde so dosen chikon karn ist noch am mit am ordentlichsten ist für tomaten wasser einfach ja mit ja wir wollen tomaten sein aber sind keine tomaten was ist das in ordnung was ich von die roboter kommen dann hier alter shit alter was ist dann meine türme was ist dann meine türme habt ihr habt ihr gesoffen was seid ihr denn alter die web ist ultra hart alter ha ha das ist affig muss meine türme reinziehen weil die ist dann heute gar keinen blog drauf die weg zu ziehen ist ja richtig dumm ist ja richtig ich würde sich das erst in die gestand das ist ja frech sonst muss der boss gemacht im boss war das die normalen truppen hier schon steht alter weil es Ja, aber es ist halt trotzdem gelöscht. Ist klar, dass man es im Stream sieht. Jetzt kriegst du einen Timeout. Oh, shit. Ja. Mann, die gehen mal auf den Sack hier alle. Das ist auch viel knackiger, die Wellen. Sollte ich meine Fähigkeiten mehr nutzen. Aber mein Turm ist alle. Einfach Half-Life, Alter. Warst du immer so die Fähigkeiten auch, kann das sein? Ja, für die jetzige Werte, schweiß ich sie mir auf. Weil die ist definitiv shit die Welle, Alter. Oh, 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 oh. Mann, ich will meine Türme schützen. Oh, Splitt. Nein. Was ist das? Ich krieg keinen Anfall. Oh mein Gott, die erfordern mich hier. Das ist so eine Kacke. Nein, Alter. Irgendwie gehen deine Türme kaputt. Nein, die sind gestunt. Die schießen so viel gleichzeitig, dass ihr alle theoretisch reinhauen müsst und ich schaff das gar nicht, Alter. Wie soll ich das schaffen, Alter? Wie soll ich das schaffen? Das kostet mich jedes Mal sieben Haut Münzen, wenn ich das verkacke hier. Was? So viele? Ja. Das denke ich mir auch. Ich kann ja nicht mal sagen, fokust nur die die Stun, weil so eine Einstellung gibt es hier nicht. Oh mein Gott, ist die Scheiße schwer. Ja. Mal ein bisschen was zu dem Shit bestellen. Ja. Oder wäre es vielleicht besser, sich auf eine Verteidigungsanlage zu konzentrieren? Nein, ich brauche alle. Ne, aber die werden markiert, wenn sie gestunt werden. Aber ich sollte eventuell einfach nicht auf der Geschwindigkeit spielen. Dann habe ich mehr Übersicht und mehr Zeit, das einzuziehen. Das wäre eine gute Idee, wenn die kommen. Und der werdet ihr einfach dann, ähm. Das wäre eine Anfrage. Weil ich habe einfach nicht genug Direktions-Set, um nur zwei Tümer gleichzeitig wegzuziehen. Von der Seite. Und die dann wieder rauszuziehen, wenn die weg sind wieder. Deswegen, ähm. Das ist eine gute Idee. Das ist der erste Punkt, weil ich jetzt zweifachige Geschwindigkeit mich verabschieden muss. Oh Mann. Sad. Kannst du wohl. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich kann sie manifestations auf. Ok. Ich bin hoch. Ich bin aufgreifend schciern. Ich kann sie aufgreifend abholen. Oh shit, Alter. Wollte ich jetzt nicht aus. Ist egal. Oh, ich muss alle nachladen. Oh, kacke. Oh nein, ich habe nicht genug Zeit gehabt. Einfach Geschwindigkeit. Lass mich noch schnell nachladen. Okay, so jetzt. Erst mal ins Sand fichern. Ich hätte nicht mehr Schaden bekommen. Was? Okay, muss ich konzentrieren auf wer ich jetzt. Geh dich hier. Was? Die wohnen jetzt schon. Habt ihr gleich gesehen, dass die markiert wurden? Oh, oh. Oh shit. Oh nein. Oh shit. Shit. Waaah, ein verdammte Blit. Wie soll ich denn den... Nein, oh nein, nein, nein. Oh nein, die haben die ganze Abwehrsgesang. Oh shit. Ich bin da eigentlich, es könnte schon viel. Ja, warum wohl? Wie soll man den Kack bitte schaffen? Wie? Mit mehr Geduld, mehr Erfahrung und besseren Waffen. Bessere Waffen kriege ich zu dem Zeitpunkt nicht. Musst man diese nicht lohnenswerten Missionen machen? Ich kriege nur noch Geld, wenn ich die wiederhole. Ach so. Ich habe, ich kriege keine Teile, ich habe die Abwehrsgesang, da habe ich zu abgehören, die höherwertigen. Aber ich habe, kriege nicht Teile, um die normaler zu gehen. Ich kriege sie nicht. Ich kriege eigentlich gar keine Teile. Es ist immer so, hä? Was ich die nehmen? Ich werde einfach gleich einen Dampfstrahler für einen nutzen, einsetzen. Weil ich denke, man muss eine Asi-Mission mitzeigen. Alter, die Teile sind kacke gemein. Mach mal was, boy. Wenn die sich jede Welle machen, dann kriege ich eine Krawatte, dann meint das Spiel aus und dann wird es nie mehr gespielt, ja? Alles absolut Asi. Das ist so, als wenn auf Commander Conker ging die GBA auf Schwerspiels, ja? Und sie nur mit Raketenwagen und Stinger. Äh, ja. Ich werde einfach ankommen und die ganze Zeit out of range oder eine Einheit wegsnipe. Du weißt, was ich meine? Ja, das ist sowas von schweigernd, ja? Alter! Ein normaler Mensch kann das gar nicht so koordinieren. Richtig. Noch ein Dorfblatt. Der schon. Was? Ich. Es gab neulich, ich habe nicht wieder ein Video gesehen, wo wir haben, Siedler spielt. Äh, nicht Siedler, äh, was hat er gespielt? Scheiße, wie ist das denn? Age of Empires. Auch so wie Commander Conker halt bloß mit, äh, Age of Empires halt, ja? Und die haben zu viel gespielt, hat alle drei fertig gemacht, ja? Von seinen Mates, also von seinen Gegnern. Also, naja, der hat eine richtig gute Strategie gespielt. Gott, äh. Stimmt so gut, wie mein Vater. Genau, wie gut dein Vater ist. So, alles aufgeladen. Ich bin auf langsamer Geschwindigkeit spielen. Jetzt muss ich alles wirklich schön weg, Snipe mir. Sehr schön. Oh, shit, ich habe den ersten Stun verkackt. So, wieder. Wollte du mit denen? Oh, shit. Oh, nicht, ich habe beides ganz verkackt. Ups. Oh, nein. Nein, nicht die Blätze. Nicht die Blätze. Oh. Okay. Der Rest ist mir egal, okay. War nicht mehr so egal. Ich habe es geschafft. Alter, das war eine schwere Geburt, ja? Ich sehe nicht, wie ich was bekomme, Alter. Was ich bekomme. Habe ich die ganze Zeit ja irgendwelche Ultrakassen-Scheiß? Den ich nicht sehe und ich weiß nicht, wo ich die finde. Ja, wahrscheinlich hast du so richtig viel von so einem richtig starken Geschütz, aber du weißt es einfach nicht. Ja, also hier sind wir ein ganzer Mann Teiler, die kenne ich, die habe ich ja kaufe ich allein. Errungenschaften, ja, die habe ich ja alle schon. Das einlösen hier, nö. Ach, ich habe gar nicht Schwachpunkt bekommen. Wie viel ist das Schwachpunkt von den Blitzwerfern? Schwachpunkt haben sie keinen. Verteidigung. 20 Prozent. Erhöhung gegen Maschinengewehre. Schwierere Kanonen, Blitze und Säge für plus 30 Prozent. Was nicht übersetzt worden? Oh Mann ey. Lies mal vor. Was denn? Was soll ich vorlesen? Da war halt nicht übersetzt worden. Wo soll ich das vorlesen denn? Ich habe eine Beschreibung zu dem Boss, den ich geschafft hatte schon. Na, vielleicht wissen einige Leute nicht, was das heißt auf Englisch. Ich auch nicht. Alles klar. Warum kriege ich Teile für die Kanonen? Ich kriege nur Teile für die Kanonen. Und für die Sägen. Alter, ich will Teile eigentlich für die Sägen. Ich will keine Sägen-Teile. Doch, die Säge hat es schon lange ermerkt. Nein, nein. Das ist nicht. Aber wieder Sägen. Ups, ne, noch gar nicht. Ja, ich will gar nicht geholt. Weil in der Fabrik hier liegt, die ich noch nicht früh freit habe. Weil ich keinen Bock drauf hatte, weil ich so alter. Der braucht die scheiß Fabrik. Ich will keinen Sägen verbrauchen. Okay, ja, nein, denn nicht. Ah, ich will dich auch machen sollen. Egal. Dann mache ich es jetzt. Ganz schnell. Da kommen die Blutzerwerfer ja nicht. Die gehen mir nicht auf den Sack. Ah, das ist schick. Ich habe Lust auf Pizze, aber ich denke, das wird vergeben, wenn ich eine Super mache. eine Dosen-Suppe. Dann habe ich hoffentlich keine noch mehr. Ey, Pizza ist teuer. Ne, aber... Was wir machen, muss ich habe noch Pfand hier. Den muss ich morgen wegbringen. Kasten-Kasten-Fan. Dann will ich nicht im Bach-Kern-Suppe umzudrücken lernen, Kasten mitzunehmen. Kasten von was? Äh, ich habe eine Limonade, die schmeckt mir richtig lecker. So, muss ich im Getränke laden. Ja, und da ist halt ein fast voller, also fast, fast voller Kasten mit leeren Glasfaschen habe ich nachher stehen. Das ist so, ja, okay. Ich will nicht wegbringen. Mach ich morgen. Alles klar. Die schmeckt mir wirklich lecker, aber die gibt es halt bloß dort. Ne, die ist dort aber im Tränke laden. Mit dem Kauf und so gibt es das nicht. Das ist ein bisschen schade. Schmeckt mir wirklich lecker. Also ich komme mit dir richtig geil. Oh, ich blitze nicht, ich blitze nicht. Okay, Power-Napping. Okay, wir wollen gleich skippen. Okay. So, müssen die Bomben wegmachen, danke. Okay. So, den Roboter, oh, ich werde noch mehr. Okay. Okay, 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 okay. Es steht. Ich bin ehemutigen Blitzen, brauche ich die, äh, nutzen, ja, wenn die ehemutige sind. Es ist okay. Es ist, ich bin zu schnell noch gekommen. Sehr schön. Ich kann mir das Teil noch kaufen. Weiter, wo es shit drin hat. Ich freue mich das machen. Hier Geld und grünes Zeug. Die kann ich jetzt ernst sein, das bringt mir zu viel. Guck mal, die Herausforderung. Die wird schwer. Was? Reagin. Was ist das? Woll! Was denn? Wer macht das die Herausforderung? Woll! Das macht Flächenschaden. Oh, geil, Alter, dass wir dich haben. Egal, aber nicht. Dampfstrahlung. Okay. Okay, gut. Ich werde einsetzen gleich mal her. Das ist ein Unbegras-Munition. Okay. Ich werde die begrenzen. Nö, kaputt. Die Ausführung ist doch schwer, als ich dachte. Aber das ist der Upgrade, das ist richtig für Scham, richtig geil. Nein, nur drei, ich werde das. Das ist nicht schlecht. Was er auf 100 Scham macht, das wäre richtig geil. Das One-Hidden. Die fetten Glitzer im Himmel. Goal. So. Hm. Jetzt wird es Zeit, hier unseren Dampfstrahl zu feuern. Ich muss sagen. Mach mal Dampfstrahl bitte. Was? Ich habe es fast geschafft. Mann, ich würde dafür mit diesem Spardarm sein. Los, 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 los. Komm, mach, mach, mach. Ich glaube, wir sehen. Dann können wir den Tummel. Ich habe es vor uns wieder zurückgedroppt als Einheit. So. 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 Die machen wir weg. Die hinten machen wir auch weg. Die machen wir weg. Die hinten machen wir auch weg. Die machen wir weg. Die machen wir weg. Die machen wir weg. Die machen wir beide hier weg. Für die einzige Mensch einfach. Das ist auch ein Problem. ok, ich sehe es gerade noch was? braucht es noch mehr? und der eine? ach, noch mehr! lass dir noch ein bisschen kommen geht halt mal irgendwie drauf wie viel kommt denn hier, alter? was ist die Roboter? oh shit muss man bald genug sein hier was? noch mehr? alter, wie soll ich das schaffen? was? wie zum Teufel soll ich das schaffen? erklärt mir das bitte erklärt mir das bitte mit dem kleinen Cucktail wie soll ich das schaffen? wie? nichts von den Effekten nur noch mindestens weniger als Half-Life wie? gar nicht das wäre die richtige Bedürfung, weil es nicht schafft weiter auch ich habe einen Teufel von Sägenwerfer ich brauche ja, dankeschön was kriegt denn hier Kritz-Chance? nö, jetzt wird sich schaden ja, schaden ist immer gut immer schaden hm weiß ich noch nicht hier unten auf Roboter lastig ok, das sehe ich aber jetzt hier das wird gar nicht lastig ok machen wir das ich habe es hier schon gespielt derzeit ist schon länger her ich habe einen shitting-Turm und es kommen zwei Milliarden gegen und der ist so ja, ich schieße Maschine also ja naja, sag mir, dass ich relativ dichter angekommen ja also wenn es Alphoning hintereinander sind dann musst du es 100 machen ok hier muss definitiv eine Granade rein alter geil, Alter könnte Raketen blocken wie die abschießen die kann ich abschießen ja es geht schon immer mhm den Turm hat gerade nicht irgendwas anderes abschießen oder leerseite natürlich nicht sonst natürlich das macht ihr nicht viel Schaden auch kacke alter auch kacke drei Panzer sechs Panzer pro Seite ich habe eine Granade gerade verschwendet hier habe ich noch Granaden ich glaube jetzt bist du lost ne ne noch geschafft oh shit jetzt bin ich lost bin gespannt was kommt oha alter na was ist denn effektiv gegen die ich guck gerade Blitze ich habe es gerade schon gemacht was sind die Blitze gegen die ah Segen das war keine Blitze scheiß das waren MPs glaube ich weiß es auch nicht mehr doch die MPs sind gut ich glaube der Hintergrund würde Probleme machen habe ich noch geschafft war zwar knapp eventuell ein bisschen aber gar kein Problem für mich machte der noch dämlich oder hat er glaube ich nicht gemacht ich habe ihn noch geachtet ich glaube so nicht ich glaube dann nicht gemacht so 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 noch mal von den gehenden Maschinen oh shit ich kriege dafür wirklich viel Schaden das sieht so aus also wenn drei hintereinander sind bist du richtig lost alles klar danke für den Tipp ne dö ich sehe es aber so spiel ha und der kann nichts alle fertig gemacht hier waren ja auch keine anderen Truppen weil zum Glück zum Glück zum Teil holen von den guten wie es geht die Rohre auf jeden Fall auch noch welche ja wo sieht man eigentlich welches Land man eingenommen hat alles das was nicht rot ist und was ist denn über dieses rote mit dem gelben Turm da muss ich kann ich kämpfen das ist so ja mach oder mach nicht haben sie ein Gebiet besetzt aber ich muss nicht kämpfen oder sie besetzen aber meine Fabriken aber das ist mal ein Teil weil sie besetzt sind das ist mal so okay jetzt kann ich keine Teile mehr holen aber ich denke ich werde die gelben Turm auf jeden Fall machen muss ich glaube ich auch noch beenden sie die Challenge müssen nein das will ich nicht bauen sie das Raketenlabor bauen sie ein Raketenlabor ha das muss ich erst alles noch schaffen bis ich nie das Gebiet darf also ich muss erst mal ein bisschen Level bekommen also werde ich die Gämmtürme weg machen gut nicht einfach aber machen wir kommen wir Teile und Geld und Level Belgrad geht es wirklich so ein Ort ja aber die Mühen sind alles die Doppelläufe und am liebsten sich so schnell das ist richtig geil ah es ist mir rubschrauber blitz und Raketen ich habe keine Raketen hallo du bist das ich habe keine Raketen alle Eiffel haben wir denn ja Eiffel hast du denn du altes Vieh oh der ist aber ja schon und das war das ist einer aber ich habe keine Raketen Raketen ist eine Schwachstätte ich würde mir unbedingt Raketen haben weil ich denke bei Raketen betrifft ich komme ich ja eh mit dem nächsten der Werbung ich kriege das mit dem nächsten der Werbung erst die Raketen der will einfach glaube ich kann ich die nächste Etage verstärkt ja äh denn ich komme schon die Granatwärter die treffen noch nur den Boden die greifen nur Bodenziele an ja warum stellst du die nicht ganz sonst hin denn die kürzere Flugbahn haben ja ich darf wissen was kann kein Unterschied aber auch kann ich machen ja theoretisch müssten die kugeln noch schnell schneller ankommen ich glaube es macht keinen Unterschied also es ist zeitlich glaube ich relevant wie schnell die kugeln ankommen oh oh was ist das what the heck bist du hieß der bestimmt oder was das denn ein Schutzschirm weiß es nicht alter war sehr komisch ich weiß es nicht etwas leichteres es war oder wäre es besser ein Granatwehr vor oben hinzustellen nein die haben die Reichweite ist immer gleich naja gleiche noch nachschneiden ich habe Lust auf Döner hat er wirklich wenn Hunger ist schlimm ey ich überhaupt irgendwie shit so Lohnsacht schmeckt schmeckt noch nicht Melonsaft getrunken ich auch nicht ich habe auch noch nicht getrunken aber ich habe richtig Lust drauf ich glaube Melonsaft wird einfach sehr wässrig schmecken wenn du Wasser Melonsaft meinst dann wird er sehr wässrig schmecken alles nicht ohne Grund Wasser Melone und hier ist ein scheiß Stuntvieh dich baller ich in den Tod Stuntvieh was denn der Türmestunt achso aus 212 egal da musst du ja deine spitze ah ne da musst du nicht hier muss ich nicht gar nicht also für gold ich weiß wie die gold machen soll jetzt noch einmal na länderfrei ja habe ich ja nicht so richtig als erst so hast schon alle gekauft das war okay aber kann ich doch bauen level 9 herrung wollte ich vorher nicht bauen keine ahnung weiter ich möchte eine Rackete kaufen rabe haben sie es gerne okay ach jetzt habe ich level abbekommen geil was das muss ich weg war nicht so viel oder 1400 oder ja das ist nichts peanuts vielleicht so viel aber ach ja auch jetzt grüner shit punkte hier für die ganzen abgörs ne die habe ich alles losgeschickt raketski habe ich teile dafür natürlich habe ich keine teile für die Raketen wir noch einen zweiten raketenturm haben ja ich will noch genug geld erscheint eine neue etage die habe ich noch nicht aber ich muss jetzt so viel teile wieder rein pellen wirklich geld neue etage kaufen neue augenladung ja das ist gerade noch ein zuschauer ich habe keine weiteren zuschauer durch zwei oder bist du das selbst ne ich schaue nicht zu irgendwo kann ich mir die torsor upgraden ausrüsten aber egal ich gehe einfach hier rauf und sage jetzt hier rockaden und rockaden also ich mache eine ganze torsor noch mal neu hier bräuchte noch mal auf alles mal raus und dann sage ich unten die grenade werfer dann kommen die ersten wespen dann kommen die zweiten wespen ne der gras kam dann doch die zweiten wespen dann kommen die blitze und dann kommen die rockaden ja ist doch schön warum machst du nicht warum nimmst du wespen nimmt und nicht nochmal eine heuschrecke das ist eine heuschrecke gewesen ach so ich habe die teile nicht die heuschrecke ist die bessere wespe aber ich finde ich kriege keine teile mehr für die wespe ich kriege nichts ich habe schon ewig keine teile mehr bekommen ich bekomme nichts mehr dafür ich kann nicht upgrade die wespe ist die heuschrecke wespe 2 ist die aber ich kriege keine teile dafür also klar ich kann auch teile von anderen einheiten ne aber ich bringe halt null also fast null ja das ist immer so also die hälfte nein gar nicht mehr gute teile bringen die besten teile bringen immer so 40 ja wenn ich hier das beste teil von der anderen einheiten kriege irgendwie 12 dafür 12 punkte anstatt 40 das ist so alter und so im basic gebiet gibt es eigentlich den oh ja ich mache die missionen im basic gebiet weil da kriege ich noch teile bei den gelben teilen und hoffen dass ich Raketenteile bekomme ja Raketen das beste teile von bewaffnet euch schon behalten sehr schön vielleicht gibt es die bestimmten waffenteile nur bestimmten ja ja aber wenn ich die grauen alte raketen sind geil die sind geil die Raketen nicht und wir raketen haben ja es habe ich auch dazu gedacht was die fliegen durch den boden alles klar ja ist okay jetzt brauchst du bei den Raketen nur noch Flächenschaden und bin jetzt ab alter ich weiß nicht ob ich das abhören kann da zwei überlese ein bisschen was sind die was sind die Spizeiattacken bei den Raketen ganz viele Raketen ah lol die ist geil eine fette Rakete die hinfliegt ganz viele kleine das ist ganz viele kleine drei kleine kommen raus na ju das ist eine nette Spize ich höre ja ich auch die Raketen werden am schnellsten alle Schuss haben die okay die haben 35 das ist klar ja gut die schießen auch die ganze Zeit ja das ist geil das für sie Atem halt war fast leer ja die Raketen gefallen aber die machen halt diese viele Schaden an Menschen an die Lufttruppen nehmen wir heute noch mehr Schaden ja Lufttruppen ist guter Schaden damit kannst du wahrscheinlich die Helis richtig easy runter holen ja mehr Lufttruppen denke ich mal ich würde gerne selbst verteilen das noch mal range ah ich kann die Büchse so aufmachen aber ich raufklicke ah ich verstehe oh mein Gott jetzt habe ich es raus nach 4 Stunden Gameplay und da so ein Teil brauche ich so ein Teil brauche ich habe es bekommen sehr gut oh mein Gott man muss Alter da steht grün okay da töre ich doch nicht auf die Kisten einzeln rauf warum sollte ich denn das ist kein Mensch Alter richtig weil wenn die Wespen geiler sind dann habe ich auch viel also die Wespen sind gut gegen Menschen weil die halt für also es gibt die einmal also die Heustrecke einmal so mit Doppellauf dass sie Schnellfeuer hat und es gibt ja auch einmal als Variante dass die mehr Range hat und mehr Schaden macht aber ich denke immer Schnellfeuer ist eigentlich geiler weil dann kriegst du gut Raketen an sowas abgewehrt oder oder ich kann ich kann ich kann nichts ich kann nichts sagen ich kann nichts sagen ich kann nichts sagen aber ich könnte vielleicht sagen dass ich halt ich habe vier Wespen also viermal die MGs dass ich zwei MGs auf schnell also auf Schnellfeuer 2 wie ich sie jetzt schon habe und nochmal 2 halt auf diesen lange Range mit viel Schaden Pusher weißt du dass ich nicht von dem 2 habe ich weiß nicht was gut ist das muss ich aber austesten wollen damit dann sind wir mal ehrlich brauchst du eine lange Range? eigentlich nicht na eigentlich ist es ja bloß immer zum Anfang in der Runde wenn die rankommen brauchen ja ich habe ich kenne mich jetzt noch keine Einheiten die weit wechseln außer diese Roboter die halt diese beneiierten Stumbus die sind immun gegen so einen Shit ja aber du kriegst ja auch mit deiner Range da ja ich habe Zahnräder bekommen wo habe ich Zahnräder? dann brauche ich Zahnräder ich habe es noch nicht jetzt Zahnräder brauche habt ihr irgendwas immer so ausgegeben so lala Statistik was habe ich denn hier Spielzeit ok in Sekunden warum Spielzeit 104 Sekunden 75 Minuten 30 ist es eine Übersetzung klärt ok 104 Stunden das habe ich nicht so viele Stunden ich habe lot steam 6 Stunden ne ähm Technologiestufe 2 keine Ahnung verstehe ich mich auch nicht oh jetzt habe ich genug um das andere zu reden ja sehr schön aber ich kann guck mal kann die noch noch geiler machen die Teile ja Maschinengewehre noch 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 viel geiler und ich habe das schon oh mein Gott Maschinengewehr Maschinengewehr ja ich habe immer ab ab da habe ich immer verschiedene Wege die ich gehen kann so es bringt 30 das Teil alter 30 ich kann mir auf mehr Munition gehen oder schussreichweite schussreichweite finde ich immer unnötig wenn nicht bei den da ich gehen auf Munition schussreichweite und ich schussreichweite ist so musst du weniger nachladen richtig ich finde schussreichweite immer so ja okay wer braucht das braucht Granaten ja die denen sind immer Granaten verstehe ich auch nicht achso wahrscheinlich Übersetzungsfehler das ist alles bei den Granaten ist okay wenn er wollte nennt das halt Granaten ich werde unterbissen der rote und der lila der Turm rot ist immer Story Quest und lila ist ich kenne immer so so Fight machen Infinity Kampf und dann kann ich mal gucken wie gut mein Turm ist aber das ist so okay will ich jetzt nicht unbedingt machen und blau blauer Turm ist die blauer Turm ist die Herausforderung die so schwer war achso das ist die ich wollte nicht keine Ahnung wie ich das schaffe aber ich habe letztes Mal die auch nicht geschafft die die davor war und habe ich einfach den heute gespielt und dann war es super die Raketen sind nicht so gut gegen Menschen aber die vor allem die ganze Zeit drauf die machen auch kein Flächenschaden ist das doof die Munition ist sehr schnell alle ich denke mal ab für die Rakete auf jeden Fall Flächenschaden dann hoffe ich mal es macht Sinn bei Raketen auf Flächenschaden zu gehen die machen glaube ich schon Flächenschaden inzwischen was kannst du denn entscheiden überhaupt das kann ich dir jetzt sagen es gibt immer so zwei Punkte und bei einem größeren Upgrade gibt es dann immer zwei Upgrade Stufen entweder halt mehr Schaden oder mehr Reichweite oder irgend so was das hätte ich dir mal zeigen ich weiß nicht ob das Maximum hier ist weiter rauszoomen oder was ne du hast hier halt bis zum Rand schießen das ist okay na ahnung ob wir fokussieren über eine Seite ist das okay das wollen sie machen wie dein komischer Granat fährt kaum was macht ja da bin ich Reichweiter ja da bin ich Reichweiter oh der hat auch viel oh der hat mal entschossen die sind halt so schnell daumen weil die Raketen halt viel machen ja die laden sie auch normal schon nach den Türbeln wenn ich sie nicht rausziehe reinziehe aber das dauert halt dann länger und dann ist halt für die Zeit nicht aktiv und das ist immer so ja dann Piston würde ich jetzt nicht unbedingt haben aber ist okay der ist für die für die Granatwärfer ist das wichtig als Upgrade mal gucken wo die nächsten Granatwärfer Upgrades zu finden sind das wäre für die Stufe nach die danach kommt weil darauf geht es hinaus jetzt als Stufe 4 über die ganzen Einheiten dann wird nicht schlecht hast du die Superwaffen eigentlich gekauft oder die kriegst du kriegst immer ein Tutorial dafür in einem Fight und dann kriegst du eine gratis achso damit du weißt wie die ist okay ja einmal kannst du die ansetzen dann es kommen ganz ganz viele Gäste und dann denkst du okay das Superwaffen brauche ich jetzt und dann kannst du diese fette die erste Fälle am geilsten dann kommt natürlich hinten so ein fetter Panzer dann schießt so eine fette Granate ab und alles ist tot zumindest im wachsenswert so und mit stärkeren Gegnern wird das nicht mehr so stark sein aber der Blitz war so okay kam die Blitzen alle waren tot ja das ist anders damit das mit beiden Seiten Raketen kommen und sowas na warum benutzt ihr nicht mehr bei den Herausforderungen bei den Herausforderungen bei den Spiel kann ich das nicht machen da habe ich achso da habe ich meinen Turm ja an sich nicht von der Upgrade zieht und sowas habe ich alles da nicht ich hab da nicht ich krieg da nicht meinen Turm ich krieg dann den Turm die mir vorgeben oh ich hab mal ein GTA bekommen sehr schön und Geld das heißt ich kann das jetzt glaube ich zeigen wenn ich gucke mal hier die hat die ist upgrade fähig genau erstmal kann ich hier entscheidend entscheiden Munition oder Reichweite das muss man so mal Munition, Reichweite irgend sowas mal freigeschmöglichkeit da kommt ein Upgrade da kommt wieder so eine Entscheidung da kommt wieder ein Upgrade da kommt wieder eine Entscheidung abgehört bei der Entscheidung kann ich jetzt aber sagen hoher Schaden niedrige Geschwindigkeit oder hohe Schussgeschwindigkeit und ich bin auf hohe Schussgeschwindigkeit aber ich dachte alter ich will richtig alles wegballern das wirst du da machen ja ich habe jetzt schon zwei so niedrig ist dann die Geschwindigkeit die schießen die schießen jetzt mit 5,26 pro Sekunde Schüsse die anderen schießen mit 6,76 ich weiß nicht wie die Einheit ist Schüsse pro Sekunde könnte ich mir vorstellen was ich mal gucken bei den Raketen zum Beispiel das sind 1,25 ok Reichweite 1000 ok die haben wirklich viel Reichweite juhu komm wir mal Schüsse pro Sekunde und die Gerichte haben 0,65 genau also die schießen über eine Sekunde schneller dann ist so die Frage ok brauchen wir das oder man sagt halt man geht auf höheren Schaden und höhere Reichweite der Schaden steigt denn von 6 bis 7 ne von 4 bis 6 auf 6 bis 7 bis 10 die Reichweite wird erhöht und die Schuss Geschwindigkeit wird ein bisschen erhöht oder bei dem Anupgrade steigt der Schaden dann brennt es ein bisschen Reichweite geht ein bisschen hoch Munitionskapazität gesteigert sich dafür halt auch ne ich muss sagen die Hornisse das klingt besser meins ich mach dann 2 so ich hab zwar schon 2 Heuschrecken und dann mach ich noch 2 Hornisse oder was ja gut was bräuch ich das ist aber deine DPS ein bisschen geringer aber DPS ist Damage per second oooooh lol ok ja hast recht ja das ist aber nicht schlimm hm wo das nur wenn irgendein großer Gegner vor dir ist ja Kanonenteile so wo sind die nächsten hier das hier ah das hab ich schon mal befreit das mach ich jetzt gleich mal an hier dann mach ich gar nicht unten weiter die gelbe Türme weg damit ich ähm mehr Teile bekomme für meine Grundausbachtürme und damit die geil sind äh hast du die Hornisse Heuschrecke jetzt ausgerüstet ja die ist ausgerüstet ich hab die Schnelltum abgeredet das tue ich jetzt nicht richtig Sniper jetzt so wo die mach ich mal mehr Schaden an Fahrzeugen die Raketen ist jetzt ein Fight auf meinem Level also ich muss hier bisschen Stärke was ist ist die denn wirklich langsamer oder ja die schießt schon schneller aber schießt sie so schnell wie die Heuschrecke na gut okay na gut okay ja also ist aber wenn der Heuschrecke will dann willst du noch mehr Schritte nachher schießen willst du einen höheren Geschwindigkeitsfuß bekommen als so wie sie jetzt ist aber äh ja Spezialfähigkeit okay wird glaube ich ein großes so glaube ich aber die Heuschrecke nehmen braucht es zehn punkte mehr um die Spezialfähigkeit reinzuschalten oh gut ja aber das ist so okay naja ist nicht so alles klar diese Rakete eben man hat sich gesehen ich muss die ganze Türme nachladen fliegt von der rechten Seite los und fliegt einfach zur linken Seite so ja gut ich versuche jetzt den Super Schuss abzugeben mit der Hornisse war aber ne Hüt muss sich lohnt da oben rein machen und die macht einfach auch viele Schüsse aber die werden wahrscheinlich auch viel Schaden machen oh ja gut wow es ist auch noch ist ja schön wenn man die Dauer erfüllen könnte von der Fähigkeit ja für das Spiel ey für das ich es für drei Euro im Sale gekauft habe finde ich es super es kostet es wieder acht aber hey es kostet acht Euro jetzt sonst nochmal acht Euro ey kein Problem ja für den Inhalt auf jeden Fall ist die größte scheiß Karte ist alter die Raketen machen nicht gut Schaden geht doch nicht geht doch nicht was von affektiv gehen bitte keine Ahnung wir sind alle so die letzte Welle brauche ich nicht nachher dann egal kein Schaden bekommen sehr schön jetzt habe ich die Fabrik frei nur Geld und grün ist shit ok unten das Gebiet noch schnell frei machen und jetzt hier die Game Türme noch weiter durch arbeiten obwohl wir noch schnell eine Verteile holen hier oben zum Beispiel das brauche ich noch hier oben der dann die Gebiete immer wieder überlagert von der wie haben sie es genannt shit stehst du gerade genau der Kult unten lässt zum Beispiel der Kult greift in sechs Minuten an dann ist es ich muss wieder die Fabriken wieder dann freikämpfen das ist so danke dafür aber ja und deswegen ich muss so viele Teile wie möglich und dann befreie ich die auch erst wenn ich es brauche ich kann aber die Möglichkeit in den Gebieten wo ich schon mal die befreit habe einfach gegen Geld automatisch kämpfen zu lassen dann muss ich auch nichts machen dann skippe ich die ganze Kampfszene ich kriege ein bisschen Schaden die Wetter an meinem Po das sehe ich auch schon im Vorhinein denn so habe ich auch schon gemacht als alles belagerreich ist ok dann gebe ich ein bisschen Geld aus dann war das alles fertig das ging ganz schnell muss ich nicht die ganzen elendigen langen Fights machen das ist immer so weil die Level 1er Fights die sind immer so langweilig weil einfach ich brauche nicht mal Nachnamen meiner Türme in dem ganzen Match ist doch ok was echt ich bin der Zweite und habe mich nicht einmal nachnahmen müssen weil sie nicht Einheiten kommen die so schwach sind weil der 3 kommt jetzt schon und Raketen sind ein bisschen leer aber der Rest ist auch alles voll guck doch mal an alter es kommt halt auch nichts Tankiges es kommen ein paar Soldaten ja und ein paar leichte Panzer hier was heißt Schildkröten irgendwas Panzer der Käfer ja das ist ok aber die Raketen sind gut sind eigentlich die besseren Art der Fall sind die Raketen ja ich habe einen Teil für das MG bekommen sehr schön mache ich den auch hier oben dann upgrade ich das nächste MG auf die Heuschrecke auch voll ist er meine ich dann gucke ich mal welcher Atom noch Upgrades wert wäre der Blitz aber wir halten glaube ich noch nicht genug Fähigkeiten wo ich glaube die gehen noch einen Schritt weiter hier für die ähm die MG's die habe ich jetzt glaube ich schon nächsten Schritt freigeschalten guck mal ich habe Dampf schon jetzt noch vier Stück frei war voll so wie lange noch 21 Minuten was machst du denn immer noch wo auch mit dem Spiel was musst du jetzt warten meine Sachen fertig gebaut sind also wir hätten ja auch ganz viel Pay to win einbauen können haben sie aber nicht hast du irgendwelche Dampfpunkte in jedem Spiel hast du irgendwelche Dampfpunkte brauchst oder so um Missionen zu gehen also ein Shit haben sich aber ja gespart warum Pay to win ist doch eh alles schon nein ich bin immer aber es ist halt so du wirst jetzt hier drei Stunden warten du kannst aber auch gegen 390 das kippen so 390 ne denn für 390 kommst du hier und kaufst die mehr Gems und dann mit den Gems kannst du skippen also es steht nicht da 390 kostet es aber kostet dann irgendwie das 12 Gems und dann musst du das kleinste Paket hat 20 Gems kostet 390 oder sowas ja und das sind so genau das hätten sie auch irgendwo können haben sie ja bei Loons auch gemacht am Desktop Teil fand ich so affig dass du das Affengeld gegen echt entkaufen kannst ja aber für den PC gibt es immer noch fucking cheats ja ja und von daher ist es mir sowas von egal wie viel Geld wir haben ich cheat mir das einfach und fertig ist ja als ob ich dafür dann noch Geld ausgebe never nein meine Spieler vom Rainer oder den 6er Teil der 5er die haben sie der 5er ist jetzt nicht drin in der Handy Version ja aber nicht in der Desktop Version ja ja oh Gott ja so alter was soll das ich hab das 6 6er hab ich kurz gespielt durchgesuchtet dann war es wieder so langweilig dann war es wieder so langweilig bitte noch mehr am GTA-Fan von Tower Defense du bist auch ein Tower Defense jetzt hier guck mal jetzt sag ich bloß Teile bekommen wir noch nein ich teile nur noch Geld Gems auch immer die heißen ich hab's schon vergessen es sind einfach Gems bei mir ohja ich kann das Teil wiederholen das ist Teil ran oder oh die Fabrik belagert das wieder ja ja ne ne das ist irgendwas sag einfach das sind Chris ne ne das ist ich weiß nicht irgendwas mit ah irgendwas wir gucken hier irgendwo entstand das argon äh hier ätherium äh was ist denn ätherium ich hab keine Ahnung äh äh ja ich mach was okay da äh äh blitz shit au ich hab ne neue Tesla schwule oh die würde ich schon gerne nutzen die hier hab ich den nächsten Schritt frei ne aber bei den MGs hab ich den nächsten Schritt schon frei ne oh ja hab ich den nächsten Abkehrszeig schon frei shit alter hab ich das Teil noch gar nicht für what the heck also ich einen Teil dafür noch reich hab da kommt ja noch ein bisschen was oh da wurde noch ganz viel Teil dafür bis ich das so weit hab Tesla Spule was kann ich hier machen oh Kettenblitze oder ich will Kettenblitze haben dass die so ein Überspringen von Gegner das ist doch geil alter auf jeden Fall jetzt springen die von Gegner zu bis zum nächsten Gegner aber weil das noch irgendwann besser wird geil alter dann kannst du auch Flächenschau mit den Blitzen Flächenschau ist geil mach einen Teil bitte davon in 20 Sekunden erst okay ich kann mir schon mal shit auern oh ja 1000 kriege ich da nehm ich gerne mit und jetzt brauche ich wieder Geld schade und die Gäldentürme bringen halt einfach Loot jetzt das ist nicht schlecht das mache ich jetzt auch weiter hier die Gäldentürme weil ich dann halt Teilergut bekomme ne die Arketen sind richtig gut gegen die Roboter sehe ich gerade sie machen richtig gut Damage die Arketen sind sehr guter Fortschritt jetzt in der Atomverteidigung aber ich würde sie gerne besser haben dass wir mehr Emissionen haben das ist jetzt ein leichtes kleines kleiner Manko jetzt nachher das kleine Dorn am Auge das ist zu schnell alle sind das ist immer so äh nicht ganz anders nur positive Effekte ja die haben äh der Rest ist geil aber geht dann schnell ab das ist in Ordnung ich würde gerne sagen dass hier nur auf Fahrzeuge und sowas schießen und nicht auf Truppen weil die brauchen nicht die brauchen nicht jede Truppe einzelne Raketen abschießen ist so useless so eher auf Gruppenmassen gehen oder nur die Luftzeuge man kann ja nichts definieren mal weiter rum da kommt weil ich keine Raketen habe und jetzt weg war auch schon ziemlich da aber trotzdem aber das konntest du uns selbst bei Bloons einstellen ja das finde ich wirklich sehr schade aber ich habe es noch nicht rausgekriegt wie das geht wie mit dem dass man Kisten einzeln öffnen kann ja aber das Stand hat nirgendswo ich muss irgendeine Taste drücken noch reinzustellen ja glaube ich nicht zum Beispiel mit der Karte drückst das sind alle noch den der müsste ich ja zum Beispiel auch irgendwie sehen auf was sie eingestellt sind sehe ich ja nicht wenn ich draufklicke ich glaube ich lasse die Raketen einfach da oben und lasse sie nicht automatisch nachladen das macht mir die wird zwischen alle Empathie Raketen ja gut jetzt erstmal ein bisschen rausklappen hier guck mal das funktioniert auch ohne ich muss der Rasse einfach mal ein bisschen was tun und dann wirkt es auch so auf doch ja weine Figur ja weine Figur ja oh ja 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 oder und zwar noch als staunen auch jetzt war es wenn ich gleich die reizung egal für du kommt denn hier raus alter ja teile teile ist immer gut den gelben steht habe ich und ach und ist noch gelbe truppen sehr gut infanterie oder kommen sehr viel infanterie truppen wenn das schon ein totenkopf ist dann wird es sehr infanterie ich ja bin ich mal gespannt wie viele händen schickt aber da könnt geile jobs aber ich habe ja auch die mgs die sollten ja schon viel aus bei diesem muss ich da gut gegen immer ich fand jetzt alles dumm und habe nicht auf den stamm aus wie wollte es alter aber es ist wirklich sehr infanterie lastig die raketen weg gerade jetzt habe ich es gesehen Ich hab einen Teil bekommen, sehr gut. Ein Teil für meine MGs. Echtes? Oh ja, es reicht. Mehr Granaten, Schussreichweite. Nö, mehr Munition. Ja, ich hatte mehr von den teuren Teilen holen. Sieben Sekunden. Okay, jetzt warten wir noch schnell. Vier, drei, zwei, eins. Und ich hol sie wieder. Okay, nach meinen Typen zurück. Schade. Irgendwas gelbes wieder. Schade. Aber das würde hier auch funktionieren. Die Fabrik verkämpft, glaube ich, mit der Aufteilung. Dann machen wir das. Und sieh wieder. Meine Fabrik. Die Bringer schenke ich mal nachladen wieder. Hm, die Raketen sind wirklich gut gegen die Lufttruppen. Das macht das vieles einfacher. Wenn nicht die Raketen. Es ist dann schon... Es ist dann schon zu verabschlagen. Das ging schnell. Es kann ja noch mal schnell kommen. Der war auch schnell für. Ja, wow, das zieht ja unten, die macht ja gar keinen Sinn. Hm, die Raketen, einfach geil, gehen die Fahrzeuge. Ich wollte nicht nachladen. Die war voll am Mund, ich weiß es, ist auch okay. Ein bisschen schießen die aber nicht viel. Geil, Alter, wie die alles wegsprengen hier. So, fertig. Hm, schade, wo ist Geld drin? Ne, ich hab kein Geld da. Bin da shit. Oh, das ist sehr gut, wir haben ganz schön viel jetzt wieder. Aber es ist shoppen-game, würde ich sagen. Hier und hier oben. Und hier hinten ist ganz wichtig. Woran ich brauche, ist das Einkaufen. Warum? Wie, warum? Automatischer Kahn. Warum? Warum nicht? Der Weg, ich meine, du musst so viel Zeug kaufen, oder was? Ja. Na, weil ich grünes Zeug so viel da ab. Und den kaufelst du lieber, wenn ich zum Vorrat habe, wenn die vollbrücken irgendwann belagert sind, dass ich nicht freikämpfen muss. Ich glaube, Tesla-Sprulle bekommen, das ist gut. Wo ich jetzt hier reinpacken sollen. Ich habe schon das nächste Upgrade hier. 2. Ich habe einen Teil noch gar nicht dafür. Oh, die sollte ich vielleicht noch gucken, wo ich die kriege. Tesla. Ach, die habe ich schon. Oh, ja. Okay. Ich verkämpfe mir die Frage, ich habe mir neue. Automatisch kämpfen? Also, wenig? Mache ich. Ich muss sogar das Geld raus, wir sollen automatisch kämpfen. Sehr gut. Ich bringe mich mal Teil des Zeug, von daher. Warum sollte ich da kämpfen? Automatisch. Bitte. Kostet 400, kriege ich ein Geld raus. Gar nichts, aber eine Menge, eine Menge Teile. Fabriken lohnt sich schon, die alle frei zu halten. Keine nicht automatische Freiheiten, schade. Ah, ich bringe mich neue Teil. Okay, die will ich aber haben. Ich beruhige mich mal hier aus, ob ich das schaffe. Ich habe jetzt Raketen und so weiter. Alles ein bisschen einfacher. Aber Hauptsache, die Stuntenviecher kommen nicht mehr. Die finde ich absolut egelhaft. Gibt es schon noch Schlimmere später. Ich glaube nicht. Weil ich glaube, es gibt jetzt nichts, was mein Turm wirklich ange... Also, angreifft sind alle, klar. Aber was meine Einheiten angreift, gibt es nichts. Bis auf die... Oh, die kommen jetzt schon an. Hier ist ja mein Turm gestern, schade. Aber es ist ja bloß eine Einheit bereit. Das ist okay. Und... What the... Ja, okay. Das ist nervig. Aber solange muss einer, wenn man kommt, ist es noch... Ist es noch verkraftbar. So, lade ich nach. What the... Fast im Tier einen Punkt verloren. Ne, das wäre es jetzt aber. Ich gehe jetzt auf einen Punktverlierer. Das wäre wirklich trauen. Aber ich meine, es ist ein Punkt. Das wird wirklich noch passieren, so wie es aussieht. Eine ganze Menge Roboter. Gerade nicht so gut gelaunt. Ich dachte, du bist doch, Roboter. Ne, ne. Wir haben die Große, was soll ich da aufmachen, bitte? Ich habe das, was soll ich da aufmachen, bitte. Nanaten. Auch nicht. Was... 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 Was wir... Was wirkt ihr nicht? Was vergessen. Liegt ihr uns auch nicht? Bist du auch nicht? Einfach generell viel Leben, oder? Den Guck mal, was du bist. Scheid. Er hattet kein Schwachstil, glaube ich. doch alles hat eine schwarze fähig und die haben auch ein schwachstellen wenn ich das ausziehe sich immer von jeder welche schwachsteller die haben muss man den kopf der zwei spielte darüber weiß ich jetzt nicht besonders für die marken aufschießen das ist aber nicht besonders darauf und mit dem rauf oh shit sägen muss ich war stark aber der mögliche leben kann nicht mal anklicken funktioniert ja mg teil lila lässiger das war jetzt gehen ja dann soll man erst mal richtig hier denn hier dann nach ganz unten ich verstehe der hat schwere kanonen blitze und sägenwerfer blitze machen ihn auch da gehen die maschinen blitze und sägenwerfer ok schrubflinten maschinengewehre und raketen machen die weniger schaden ok und von mg teil anbauen schön hier aufkloppen das wie lange ja das schmeckt mir was reicht dort noch nicht ich hab noch 1 sehr schön das packt auch darauf würde ich immer das oberste einfach und bei das entwickelt ja ich habe so viel schon teil dafür aber ich habe bis jetzt noch nicht die nötigen die nötigen freude um das zu bauen lange mal so neun sekunden ja es ist doof gut bestellt so den sägenwerfer kann ich upgraden aber was gibt es denn hier hohe schussgeschwindigkeit maximal schaden um hohe schussgeschwindigkeit 0,5 geht auf 0,53 das macht keinen sinn alter das ist 0,5 das ist nicht mini ist ein kleines mini bisschen schneller was macht mir schaden aber das ist sowas von lohn lohnenswert alter das upgrade ist ok gibt es nur mg teile nehme ich mir gerne mit die normalischen kampf machen sondern egal ich spreche mit geld mit level 12 was es ist werden ich meine wenn der granate erfahrung besser machen kann ich habe noch teile dafür schon aber ich habe die gebäude noch nicht naja jetzt schaffst du schon naja naja 40 60 80 100 120 140 140 140 140 ich bin gerade 10 punkte aus 2 ja was ist 4 ich 14 ich brauche nichts nachleihen jetzt ab ich sehe das direkt zu Ende und zu Ende die Wette von daher pfff Raketen rauf zu rollern und ist noch erklärt ja wieso ein bisschen raced nicht shit ich weiß das direkt zu Ende die Wette von daher hast du den blitz im ernsthaft für eine Person geopfert? ja es ist das erste gebiet ja da ist so ja ok oh god da kommen drei Pannen oh god ja es ist halt keine Schwierigkeiten in dem gebiet hier irgendwas zu machen na endlich äh geschafft ja ja eigentlich schon heute Mittag geschafft ja mit bodu ich hätte wirklich automatischen kampf machen sonst hat sich ewig gezogen hier mhm ja war ne Augen der loot der besser ist einfach auf jeden Fall Geld 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 aber nehme ich gerne ich sollte meine Typen wieder ausschicken hier oh oh da schickt ich gerne und doch ja hier können wir unten ein bisschen was sammeln genau so machen wir die gelben hier aber ich sage ich muss weiter äh wir haben eine große Map die ich bald ab durch habe Wir haben unseren Turm, den siehst du nicht und hier ist eine Base, das ist unsere Stadt, wir kaufen hier abgehört, abgehört Gebäude und so viel Geld kriegen, konnten wir noch besser machen, wir haben unseren Turm dann hier und das ist ein bisschen Tower Defense mäßig, ich mach mal hier irgendeine Mission, die wird ein bisschen nackig denke ich mal, einen Turm können wir mit Einheiten ausrüsten, wir sehen immer hier was wir für eine Gegend erwarten, welche Art, dann können wir unseren Turm nach ausbauen, das mache ich bis jetzt noch nicht, aber wir haben immer so ein bisschen was, aber dann bin ich bis jetzt die ganz schlecht gefahren und dann ist halt Tower Defense, aber ein bisschen Taktik, muss man natürlich immer nachladen, also Munition, muss ich reinziehen mit den nachladen, sonst landet draußen, das dauert ewig, das ist mal kacke, da muss ich gucken, wenn irgendwie eine Seite halt verstärkt, die halt mit der Waffe, siegnen, dann kann ich die Tauschen, da zu und herziehen, ja, von den Seiten zu und her tauschen, also es ist, ja, ein bisschen Koordinationen gefragt, ja, mit den Super Attacken, wenn die aufgelassen sind, sollten die Blauen, dann bin ich ja super, Schuss machen, wie jetzt hier, keine Rakete, die jetzt hier rauskommt, zum Beispiel, ja, naja, und sonst steht, Gelbalken ist Munition, der Blaue Balken ist die Power, bis der Superschuss bereit ist, wenn der Volles, weil ich nehmlaufen, ja, genau, jeder Fehlende ist einer, der hat seine Stärken und Schwächen gegenüber manchen Waffen, das muss man so ein bisschen wissen, ja, ist halt klar, Verwandte und sowas natürlich, Schwächen gegen Raketen, was nicht unbedingt, äh, verwunderlich ist, aber es ist richtig gut für mich, weil ich hab hier jetzt erst beigestellt, das war vieles einfacher, weil ich hier jetzt so schön wegkriege, wie du siehst hier, top. Neu, ich muss halt uns 200.000, man kann ein Stück für Stück an Turm upgraden, oder eben, ich hab mit zwei angefangen und hab mit Stück für Stück weiter upgradet, oh, ist doch was Neues, Transportumschrauber, Blitze und Raketen, weil Raketen an die 50% mehr Schaden, da! Leute, bringt ein Panzer, kackt der aus, alter, die schieße ich jetzt mal sowas von ab, die Transporte, die, der nächste schon aufsteht, der bringt einen Roboter mit, oh, das ist ja direkt für meinen Turm ab, der, die Blitze, alter, geht jetzt, diesen, diesen, die wage ich gar nicht, die Transportumschrauber, ja, ich muss es, warum sind wir, muss man zum deutschen Stimmen gucken, ja, ich weiß ich nicht, ja, ich auch nicht, ich hab's was geklärt haben, ja, du musst da gut, gutes Sidekick hier im Stream, ja, da muss ich nicht ganz mit mir selber reden, dreieinhalb Stunden oder so, ja, weil klar zuguckt, und du bist dabei, ich hab mit dir quatschen, das ist gut, was soll ich sagen, ich freu mich schon ein bisschen, pumpen, auf die neue Wohnung, so ein bisschen wie ich sah, mit Zocken und so, interessant, weil es halt viel größer, die Wohnung und so, ja, ich hab immer plötzlich mal Licht, aufzubauen, ich auch nicht, also den Platz jetzt wenig, was, ernsthaft? raus bis zu Meter breit, das ist das Problem, wieder auf den scheiß Heli, danke, ja, ähm, ich sage mal, so, das macht man, so jedenfalls schwierig, ich wollte es in Wohnzimmer, ganz rechnen, aber das ist, das ganze Wohnzimmer, damit voll, das wollte ich auch nicht, muss unbedingt, wie Arschmeck, kann ich da auch noch nicht so richtig, aber das würde mich als übten, außer da hat man Zeug anzustellen, nach daher, wird schon mit, 250er, Leitung, so, ja, die, das ist nicht, äh, lichtmäßig wird es schwierig, so mache ich das, das auszuleuchten, da, ich habe jetzt schon keinen Platz, richtig für Licht, das, ich muss mich den günstiger nicht, in dem, ausleuchten, aber ich habe ja keinen Platz, um einen Kieler hinzustellen, wow, das war jetzt nicht so die, okay, da war noch ein Teil, aber ich brauche, das ist ja fast nur in Stern verloren, ich habe, ja fast, aber ich habe nicht verloren, aber die Quest weiter, das ist im groben Ganzen, das Spiel erstmal erklärt, ja, oben habe ich noch mal Lebenspunkte, hier oben sind Dampfstraße, das ist eine Spezialfähigkeit, die ich jetzt kann, ich kann immer wählen, wo meine nächste Welle kommen soll, oder wo sie starten soll, wenn ich jetzt skippe, den Totenkopf, dann kriege ich mal Dampfpunkte dazu, und kriege meine Waffe aufgeladen, auch so eine Schockwave-Welle, oh nein, da habe ich gar keine Lust drauf, Concentration Police, war es ja, die Befahrung hat viel zu spät, das ist unfair gewesen, das war richtig unfair, die Wahl kam gar nicht eigentlich, so okay, oh, die Schocken jetzt, tschüss, so, Alter, kommen hier viele, oh shit, jetzt bin ich weggefallen, hier kommen sehr, sehr viele, vorzüchner Raketen, ja, zu kill, mach jetzt auch, das mal nachladen, die Punkte bräuchte ich, weil meine Waffe ist voll, deswegen spare ich mir das hier, zu skippen, weil ich keine Lebenszeit nutze, um meine Einheit nachzuladen, dann würde ich hier möglichst vollgeladen, im Gefecht zu finden, die nicht im Gefecht rausziehen muss, das ist immer doof, dann werde ich halt nicht schießen, das ist halt, ja, sehr schön, und dann mache ich nicht, das wird, okay, das macht schon Sinn, das wird immer komplexer, aber es ist immer viel mehr achten, leicht sich umso mehr Türmen man hat hier, das ist ein bisschen fordern teilweise, hier ist nicht mehr zu voll, oh, 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 oh Die mit absteuern Danke, dass ich wieder hier am betonarbeiten danke, aber ich habe geschafft Das war doch vor die von außen standen oh ja was ist ja schön sondern muss geld Was, hat sich ja voll gelohnt, das war nicht meine story müssen, oder? Ich brauche zwei sägenwerfer, was? Ich muss die benachrichtigung wegpischen, dass ich schlafen gehen soll, ich will da noch nicht aufstehen Danke Und es ist gut angenommen worden, sehr schön Tomatischer Kampf, ja komm, mach Ja, okay, ich hatte wirklich nicht, ich hatte solche upgrade, gibt mir doch nicht dafür die geilen Teile, Alter Ich kann die nicht nutzen My quest Halten sie den Kampf Halten sie sich Wie soll ich das machen? Dafür du schon die Zeit festhalten, was wollt ihr denn von mir, Alter? Hm Na vielleicht muss man es so schaffen, in einer Minute alles zu schaffen Nee, nee, das hätten es schon so geschämen Wenn du nicht so ultra-viteilen für, Alter Ich klapp's zu eins und nicht bauen Ich muss Level 13 sein, Alter, warum geht die Scheiße jetzt mit Level 13 Hier habe ich nichts für, okay, dafür Tesla bitte Auch nichts 2. Säge verkaufen, machen wir mal Wie hoch geht es eigentlich von deinem Spieler Level? Lass mich gucken 13-lobiges Maximum Zumindest da habe ich dann meine Basis Outwechsel von den Ressourcen-Kapazitäten Was ich genau wie hoch es gibt Das kann ich hier reinpacken Das habe ich gepackt Das ist unteren Das ist unter, okay Dann kaufe ich das ja auch Hm, kann ich eigentlich auch Kommission Wow Wow Okay Hm Hm Was nehme ich dafür raus? Ich denke, ich nehme die Und ist noch raus Ja Wird lustig Das kann ich jetzt ja schon sagen Ich kann schon schauen Ich schaffe es mir, dass ich noch lustiger Oh, ich muss vier Minuten durchhalten Oh, nein Nein Ich muss vier, fünf Minuten was durchhalten Oh, shit Hm, da können wir jetzt schon die Style-Fücher Ja Doch Ich kann sich auch drunter Geschwindigkeit spielen Weil sie jetzt nämlich In Stanzi der Hand von mir Das wurde hier markiert Ich habe sie übergesehen Oh, nein Oh, ist das okay Ich muss der Hand von mir Und dann aufgesehen Und dann hier Ich muss das wieder hin Und dann quasi Ich muss das bleiben Well, das ist es Non, das ist ja Ich muss das nicht Aber das ist ja Ich muss das nicht Ich muss das nicht Ich muss das nicht ich habe nicht gut ausseiten das ist sehr schlecht das gibt es jetzt von den kinder anpassen ja weil alles unter langsam nachher aufschätzt geht der roboter zu sein das hauptschuss ich habe es nicht nur darauf zu schießen wir sehen gehen so schnell alle es ist ruhig das nutzen und nachzuladen nur von dem sturm und immer noch sagen hoffentlich nicht dass sie das sturm nicht so stark wird ja weil ich würde gerne einen sehr leichten sturm bus haben ja was soll ich mir nicht aus und wenn ihr wissen sehr viel super schluss aber ich weiß nicht ich habe vergessen und ich sehe die sind gut das sind ja mitnehmen ok 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 man ist es eine konstation die ganzen shit ja auch musik zu halten so kein fahrung und ich lange drin ist eine volle ist die erfahrung muss geld wieder gibt mir doch teile das geld da steht schicken sie ein agenten nach banger da muss ich ihn entschicken ok von denen hier annehmen wo noch ok da und da das nichts gefordert ok schade alles clear mit gelbem sheet das ist doof das ist ein roter turm das habe ich noch nicht bekommen die einzige kiste testen sie ihre fähigkeiten im bonuslevel 23% lebenlos ich habe eine von den fähigkeiten ok aber das wird wahrscheinlich nicht reichen wieder ultra knapp werden hier was ist das für ein turm lava was ist was passiert was macht er ok das gefällt mir eigentlich auch aber der macht gut lenken schaden aber die erste welle so klar wenn ich erst mal nachher wo bist du denn da im kz das ist einfach eine mauer mit starre draht und flutschichtsteine aber wo ist denn das hä das liegt diese nö nö quatsch was wie soll ich das erschaffen ok das war die ganze welle mit luftgegnern ok die angreifen war wissen doch ich habe auch zwei effekte ok ich habe ganz das nicht leben ich muss es jetzt schaffen so eine roboter roboter ja durch die luftgegner ausschalten erklärt mir das shit alter guckt ihr es an 3 ziele markieren stimmt das war ja so 6 hier zu schlagen bitte ich brauche hilfe ja danke kack mit leichte probleme hier würde bis im gegnern keine chance alter ich weiß schon mal die erste so schaffen die zweite welle muss ich den effekt einsetzen und was ist denn wenn ich endlich langsam entscheiden ins bett zu gehen warum dann erst weil ich auf nächsten Tag warte ok aufgeladen 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 alle aufgeladen so Niederlage waaas ok née die mach ich nicht das mach ich nicht das zieh mich gleich an mir viel zu affig hast du oder stand da okay teilen sie die reise manche nach machen wir das bisschen um ich habe sie noch mit oben nein das war ein fehler wir sehen es hat sich gar nicht so schlecht ich weiß nicht maxima holte mich an wirklich schlecht das nachladen das vergessen gegen als die großen schwarzstellen haben müssen schon hatte das ja er ist bereit wir alle bereit Ok Gein Kip gemacht, schade Ok Ok Den Blitz sagen wir noch nach Ok Schick Oh, klappt doch In der Fall glaube ich Guck ab, ups Ok, wir brauchen die mal nachladen Denk ich mal Sieg Challenge im Zunge gucke ich nicht, gerade einfach Oh, Tesla Irgendwas anderes war dabei Nicht gesehen, schade Bitte hier irgendwas für Schade, ne Bitte nichts dafür Aber die kann auch abgehört Die besser natürlich Ja Reicht nicht Mach ich trotzdem Mehr Blitz Ketten Oder Hohe Schockchanzen Ne, schocken möchte ich nicht Die Chance zu schocken Ne Ja Oh ja Schockchanzen Ist das nicht auch Leben Leben Oder so Ja, das ist Stun Ich möchte aber kein Stun haben Ne, das brauche ich nicht Ok Was soll ich damit Ne Brauche ich das nicht Ok Stehen die vielleicht drängen herum Und du kannst die länger abschießen Ja Aber es ist irgendwie dann Vor Sie haben 5% Chance Gegner zu es dann so Toll Jetzt dann sind wir Ok Ja, das ist so Hm Wenn ich dafür sagen kann Dass die Blitze von Fein zu fallen Überspringen Mach ich lieber das Ja gut, würde ich auch machen Ja Denn ist die Chance Sir, dass einer von den Übergesprungenen Blitzen Blimmt Ja, aber ich kann ja bloß Eins vom Bein ausführen Entweder Mehr Übersprunge Oder mehr Stun Chunks Beides geht nicht Leider Was geh ich für ein Teil? Jo, machen wir das gut Hm Ich werde meine Klauen rausnehmen und werde die Hornessen reinmachen Ich hoffe, den Fein hat sie auch schaffen Das ist ja Roboter, da lasse ich die Gegend hier Ich brauche keine Raketen Ich kann ja wegsparen hier Ich brauche mich nicht den Hero-Waste und würde ein bisschen shit hier Ich bin zu aggressiv die Raketen bin ich Brauche keine Raketen auf Menschen schießen Das ist so Useless Ich kann ja niemand nicht sagen Ich schieße nicht auf Menschen mit Raketen Weil das ist so Alter Die mach ich mit einem MG One-Hit ich war der rakete so ist komplett überpowered dass die überlebende menschen normalen glaube ich nicht die haben die haben zehn lebenspunkte die rakete macht 15 bis 20 also das teil block meine rakete verstehst das rote das wird sehr nervig das wird sehr nervig werden irgendwas andere wegbomben das andere kommt durch muss raketen nicht und lass mich raten das vierte raketen sprechen das glaube ich nicht lustig wo ich würde sich das ich finde weil der rieser nicht weg die nöchter ist es einfach mgs so was für schnittsprecher sein nur sägen alles block alles außer meiner normalen mgs auch die granate verblockt das ist es doof die einen einer die mehr abtag wer das ist wirklich mehr abfall immer mehr ja also daten schickt mir so viel jawohl kein problem machen wir haben geste aber irgendwelchen ist dann und schüsse von mir blocken da kenne krawatte bei so weiter ja es ist jetzt wichtig der ist cool jetzt auf diesen seiten egal da kommt es noch geht mir die letzte mal noch schon raketen haupt drauf geböllert ich hätte ja packen sollen ist egal weiß ich was die teile gut sind ich brauche sie für keinen punkt das ist so also wie die hier schon zu viele euch für keine waffe wenn die hier was ich mir auch was zwölf aber ist ein lückenfüller steht da was übrigens beim gar kein irgendwas bei dem schiff auch nicht er muss da weil sie da sind ok danke dafür unnötiger kack wir haben dann meine normalen einheiten bisschen besser ausstatten ich will auch die granate verdient schön wenn die welchen nächstes level kriege aber wir können xp so richtig hier das ist nicht so schön die ausmacht bringen kann sie doch gut xp aber dieses schwierig die blitze liebst du mal dass die blitze überspringen ich finde das hätten sie fixen können was denn mit den ragneten auf menschen ja ich sag mal das ist ja an sich ist es ja ganz normales verhalten schießt noch fein das ist okay ja aber es ist so so useless ja schießen für alles schießen sie auch gehen raus meine wenn er flugtruppen sind ja dann machst du es macht sinn aber uns naja egal und die welt geschafft denke ich mal gleich über den letzten schick bitte mit teile für die mgs ich bin die mgs gamer nur geld danke dafür ich dem gestern kann noch besser machen oh ja noch ich habe die voll ich kann die maxen die mgs theoretisch aber ich habe nicht genug teile könnt ihr max ich habe ich kann sie max outen komplett aber bei der und heft teile ok ich will ihnen auch eine fabrik ich auch aus aber und teile aber es ist einfach lächerlich die teile dazu nicht ja noch schnell hier steht draußen habe ich gleich gemacht drei minuten dauert das dann bist du das bestellen hier wieder von der stunde gesagt du hast hunger ja ich habe noch hunger hat sie nicht geändert und was denn zum essen ja weil ich den ich lasse jetzt wird sich eine halbe stadt dass ich das erst mal gemacht habe wenn du meinen am streamer hast zu essen oder stream doch wieder was zum essen machst ja garantiert nicht und sehe wie ich die dosensuppe warm mache die die restliche zur werte die mikrowelle von innen ich mache ich habe die töpfe eingepackt also wird es doch die mikrowelle nein die mikrowelle eingepackt nee aber ich würde sie sind aber ich habe kein gewürz wie soll ich dir als mein shit essen hast du nicht gesagt du willst erst samstag umziehen ja ich habe trotzdem schon gepackt ja kackt aber alles sein was soll ich denn sonst machen soll ich es nicht einpacken soll ich erst am samstag einfach alles einzupacken ja alles gut ne ne ich verstehe den logo nicht weil ich am samstag erst packen wenn ich spaß oh mann ja du weißt du bist da du musst dir noch was zum essen machen aber pack es trotzdem alles ein ja für morgen hatte ich mir was geholt wofür ich kein kein kochplatte brauche ich bin auf was bringt das eigentlich die quest noch ein fixp 100 und naht okay das bringt nicht viel was bringt halt legen die einen shit das hier und das ist ein raketen aber es ist viel luftangriff okay mach ich das mal warte mal was bringt die quest wenn ich es überhaupt mache hier 150 nochmal das ist gut da kriegt vielleicht ein level ab sogar schon hin noch ein bisschen boden noch und der schicken hier die wissen es darf nachher noch mal how we know man how we check ruhig unser druck hier mal ich bin doch richtig knackig hier und das mache ich falsch oder es soll so sein aber das dürfte eigentlich nicht so extrem schwer werden das soll ja noch spielbar sein sechs wellen alter das ist extrem luftwellen steht hier hinten weg hier mit euch raketen ist ein bus menschen ihr wirst jetzt hier eine ganze moizung vorbei haben dafür danke das muss ich schnell wegziehen manuell damit sie mir nicht die ganze menschen auf dieses so ich gehe für die kopp da ich gehe für die kopp da groß geht endlich das geht vor klar ja, ist ok war da super so schnell, ja? was ist da passiert? was ist da bitte passiert gerade? geht es erst nachgeladen gut und so oh shit, da kommt die vier an alter gespannt euch mal ein bisschen hier das ist wirklich sehr luftwendig, dass die Unraketen welche nicht weitergekommen was? was? das war seine Steine, hab's vergessen ich hab' nicht gewesen oh man ey die Raketen scheint ganz gut funktionieren ah Blitze okay auja Blitze sind sehr schön legende Roboter hat zwei Stück an, komm ich hab' keine Chance zwei hat XP und Geld ich will kein Geld man mann ja, komm ich kann aber abbekommen was? oha alter eine Million XP du gerade bekommen? ja zählten sie 2.000 Einheiten 5 auch dann oder was ist das ist da mehr die 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 der 14 ist auch noch okay es geht ein bisschen noch ich sehe es nicht wobei der eine sehe ich da jetzt weiß ich da was ein anderer ich habe eine reihe losgeschickt oder mal in gesundheit danke ich war gerade bei einer aufgabe ich bin noch punkte und dann senden sie die 2000 einheiten ethereum ok ich habe aber noch wird das ist eine ganze menge aber ja okay der playlist haben uns die playlist geben ich kann man irgendwie songs ich habe spielende songs ab ganz einfach und musik mal ablaufen lassen nein ganz einfach weil das kacke sind die turm nord west ok ist denn doof weil einfach claims und plans ach so steht kurz von level up man ich würde bloß ein level up kriegen als ob der bloß können 20 xp weiß ich wie viel es ist da steckt wahrscheinlich dann auch tausend muss er da das büro dreieck hier aber alles schwierig hier was ist denn dieses dreieck das ist gerade aufgeploppt das muss ich jetzt irgendwie kaputt machen nämlich drei für diese roten türmen kaputt mache alter das wird richtig schwierige vorstelle diese drei fetten türme da ist okay doch noch deutschland gucken wir mal jetzt kann man so nicht freikaufen ich weiß es nicht oh ja natürlich gut an ok flip alter gespannt jo 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 jetzt ja ist okay ist okay jetzt alter ja der muss oben nicht alle kommen durch können wir wenig durch macht das teil kein schaden das ist ein vorteil schon mal aber ja der rest macht hat schaden hochschild ob die auch die ball zerstört sehr schön landungsteilteile jetzt direkt das ist sehr schlecht für mich und kann es doch gar nicht vorher abschließen doch euch die frau abschließend nur zwischen raketen super schussfeier hat der kriegt ja als ob jetzt ein landungsjeder einbauen die auch geil das ist doch ein guter takt von denen ja danke dafür macht aber auch nicht besser alter jetzt geht doch kaputt du dummes ding du da hinten ja immer schön weg danke ekliges viel habe ich will teile habe ich will kein geld haben ich will teile haben hätten dabei aber zwei jahre ist doch schön für euch deshalb geht den baller ich will zwar nicht haben da gibt mir jetzt hier ja schön möchte ich es doch haben jetzt sind ja wieder grüne teil ich habe gut vorgesorgt deswegen wusste schon dass gleich alles teuer wird okay dann schicke ich noch voll und los die bringen wir einen taui wenn ich die weit genug schicke das ist ganz schön fett aber ich habe noch keine punkten abgehörte teile für raketen da gibt es ja welche dafür habe ich abgehörte raketen zurück bin ich oder ist eine fabrik für raketen teile okay das ist schön den was die ob es hier immer noch auf 1 ja da gibt es doch kein abgärts wird die erst am mindesten schon eine stunde ja aber ich habe noch keine noch nicht das gebäude freigeschaltet um die abgehören zu können sondern habe ich noch nicht eine stunde naja was große gehende maschine blitze und ketten wo bist denn jetzt im hohen na hallo was das ist ja komische vergleiche alter alter war es wie groß sind bei der hinten wo das ist einfach nicht besser mit dir das ist einfach nur ein tank von tank es ist mega viel du sagst es da muss ich wirklich die sägenblatt werfer die eigentlich nutzen möchte ich nicht mag aber gleich wo meine wissen wir aus müssen ja was wofür in segebrüche erst die schwachstelle von diesem riesen vieh ja fragt mich doch nicht warum ist die schwachstelle ist keine ahnung ich dachte alle wir machen aber den seglerreffer als schwachstelle rein ja richtig was heißt denn bloß nicht wenn noch mehr truppen kommen dann bin ich tot an der seite bloß 10 hier ist ja kein auszug weil ich muss nachladen alles das ist kacke ich sagen würde dass sie reden nur luftruppen und fahrzeuge welches zufrieden wo das sind was den sniping teilt er weiß worden macht weil ich ihn aufgeladen hatte man sich nicht hören was macht der macht auch schauen wir alle anhalten nein das ist der der einfach nicht seit ich gerade gekillt hatte er sieht so ein bisschen blau aus der lebend der kommt einfach an macht schauen er hat aber resistenz ging alles außerhalb gegen die bütze und raketen glaube ich auch nicht so gut das ist sd schon wieder 7 vom dunkel sonst habe ich nicht weil ich es nicht haben möchte brauche da muss ich ein geslechtes erstellen sollte was du nicht einpacken erst videos ab 10.000 views ja wow wenn ich sie über anderen streamern oder einfach videos tonaten kannst haben wir einfach ein armer glaubt tonated ja das ist das kacke da ne das ist richtig kacke ach ne quest ja ich kenne die kester schluss und rückt euch wieder jetzt wir ganzen teile rein einfach schluss und weiter plus 100 bei fünf mehr raketen ich brauche nicht mehr reichweite und raketen mehr reichweite hast du doch schon nächste richtig verbessert das raketen welverziehsystem was was heißt verbessert was was heißt es bei euch verbessert bitte klärt mir das ist vielleicht nur noch starke truppen angreift ich glaube nicht dass das das beeinflusst ich denke mal eher dass die denn genauer fliegen was sieht da verbessert das zielsystem also nicht da geht nur auf fahrzeuge oder so vielleicht zieht es denn nur noch auf wichtigere sachen besser das raketen ffz das ziel ich habe keine ahnung ich weiß nicht was es verbessert wie gut das ist wo findest du bitte habe ich gerade zu befreien ein müssen noch das habe ich gerade befreit glaube ich wusste das brauche ich habe einfach mit teilen die ich habe wirklich teile diesen für nichts gut also sie sind in keinem punkt wo ich keine waffe und nichts gut ja ich ist ja alle war alle türme freigeschalten alle waffen nein das ist immer die leichen die du brauchst was brauche ich dir jetzt habe ich die einfach alle reingepellt obwohl sie nur zwölf stück bringen egal es ist nur das müll und was kräpter steht 30 sekunden das ist da 20 kommt schon mal sagen aber sind sie grün punkt oder ja und konnte neues land kaufen die ja aber deswegen nicht kaufen wohl nur doch nicht so bist jetzt eigentlich türkei oder wo ich kann jetzt mal raketen auf upgraden danke das macht ein bisschen mehr schaden ein bisschen viel mehr schaden raketen er verteilt oder bekommst du bist du denn da bist du denn da wenn es da ist kannst du es nicht upgraden theoretisch ne ich habe ich habe den ich habe nicht so weit gepusht bis jetzt ja war neun tor mehr die bringe gut xp ach ja mal gucken was jetzt anders ist schrecklich noch so eine abfahrtwelle sein wie eben das ist drei wellen ok wenn ihr richtig mit stanz ankommen so was denke ich mal oh ja mit der raketen abwehr und bodendruck ok wenn wir mit der abwärter arbeiten und ich verstehe aber ich sehe relativ schnell dauern hier ist noch kein vorteil verbesserten zielsystem ok sieht bloß anders aus ich kann mir vorstellen er kommt vielleicht mit einer höheren wahrscheinlich hätte dieses rote rote barriere durch das würde sie machen zum beispiel weißt du doch wäre zum beispiel eine sinnvolle sache letzte welle ja aber auch die mit der reihe aufdrehen hier weil nur die viele wellen und das einzelnen schildgenerator kommen die jetzt schon sagen man sieht die panze aber die panze er kommt schon erwartet und jetzt komme ich durch ok es dauern weil sieg geht es weil sich also nicht schwer ich nicht gedacht es war 20 erfahrung gut erfahrung der tesla spule und ganz viel kreppteile die bräuchte nicht aber eine schittige der schittige sind richtig gut dass das spiel hat der raketenwerfer auch die falsche mir getroffen ja das klappt alles an ach so ok es gibt ein neues 10 mehr granat es gibt keine granaten will blitz oder 50 prozent bei dampf vom schießen äh ich kann schnell ich krieg damit so schnell seine fähigkeit und ich krieg der dampf ist immer die super fähigkeit die super fähigkeit lädt doppelt so schnell auf oder ich habe 20 mehr schuss 10 da war ist er denn so oft leer oder nö ich finde den super schuss geiler weil ich kann auch die roten hätten dann macht den super schuss mach ich auch die blitz habe ich schon am höchsten hatte ich mit ja das ist ein bisschen traurig weil die kann ich noch nicht machen nur noch die kanonenbude fehlt es ist so traurig aber wie teile ich davon aber da 4 30er, 5 24er und 4 80er das ist so ich finde ich habe jetzt freilig dafür das reicht nicht jetzt recht aber gleichwertig oder ist dann eine gleichwertig ums warum abgehört ist zudem wenn du ihn eh nicht benutzt vielleicht die brauchen wir garantiert was maximaler schaden und was wer was denn was gerade irgendeine truppe angeguckt ja das war der sägeblatt werfer hier die maximale schussgenauigkeit maximaler schaden schussgenauigkeit ist wirklich schwindigkeit das ist wie gesagt die von 05 0 auf 05 3 so viel schneller habe ich gar nicht ich habe den magneten noch nicht der ist nämlich hier unten kann ich mal frei spielen das ist abgeteilt was ich dafür brauche das gebiet ein ja mache ich schnell denke mal das würde gehen ich habe man sich nicht genug immer diese fetten fahrzeuge diese da gibt es die shotgun ist dagegen gut aber die shotgun da müsste ich extra eine shotgun entstelle irgendwo muss ich das wieder ausnehmen das ist alles kacke ich habe mein Lieblings-Stun-Fahrzeug an oh die Rakete hat nicht getroffen ja aber der ist oben gegen Heli gekommen die Rakete großer Panzer ok Granaten und die Schwäche als andere haben sie Stärken oh der ist wirklich groß ok das sieht aus wie großer Panzer ne oh der ist wirklich tanky alter ich muss meine Granaten upgraden unbedingt hat das die Granate einfach sind drin ja der Resistenz ging meine Hauptwaffen halt großteils ne ja da ist wieder wirklich da ist er wieder schwach gegen Segen ich denke mal ich werde unten die untere Reihe mit den von Nissen werde ich rausnehmen und dafür den Segen reinpacken ne der hat sich nicht schlecht geschlagen die machen auch relativ für Schaden und dafür von Nissen von Nissen ja von vielen Typen schwächen bei diesen großen Fikern sind auch die Schwäche auch shit sag ich sehr der Rakete verkackt egal hast du überhaupt irgendwas stark gegen die Hornissen das ist gegen Hornissen die Hornissen einfach normale MGs ja einfach Menschen und sowas ne normaler shit normaler shit halt ja das ist richtig also sei nicht doppelt gemoppelt ja das ist wahnsinnig schlecht war auch nicht gut das ist nicht war nicht gut sie waren auch wir waren auch noch ich hoffe ich ball kein Stern noch wäre sehr schön ich bin kein Zwei-Ständer gekommen bis auf den Heli danke ok da stehen wir auf wenn die Herrschung blau sind oh Blitz ich hatte den Blitz noch nicht auf abgestimmt ich habe gerade den Magneten freigespielt da war ja was ich kann sagen da müsste ich schon auf dein Herz hier schon ich habe irgendein gutes Upgrade bekommen ich habe ganz viel gute Upgrade bekommen oh oha das war das von Upgrade bitte blitztechnisch nichts aber die kann ich hier da habe ich schon drauf was ich gesehen habe mehr da nichts machen hier kann ich irgendwas nö ich den Teile bekommen für die Säge ne für die Raketen bringt plus 18 Punkte und es ist schon lila ja naja mehr Raketen nehme ich da ja auch mehr Raketen genau so hallo ja was ist denn warfram warfram sagt gerade mein internet ist weg ohja ok ja es ist wirklich weg ich hör dich nicht mehr sieben bist du da hallo sieben 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 well played well played mhm alles da das Spiel meldet die Herren ab ich würde auch die 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 Säge besser machen muss mein Sägen teil ist es da fünf Sekunden kommt es an ok dann warte ich noch wird das nichts mehr belagert worden das ist sehr schade hier ist noch was belagert worden ich sag' komm mal frei 450 das kriegen wir raus hier ach können wir als genug geld machen wir das auch noch schnell frei machen wir das auch noch schnell frei und das ist auch noch schnell frei ohja das ist gut das ist sehr gut was bist du was bist du was hier haben wir da ähm p-teiler weißt du pay da bist du ne ich weiß noch nicht das ist das ist das ist das ist du also die also die einmacher höheren Schaden aber weniger Zeit genau die anderen schießen reichwort ist gleich die schnell schießen haben auch mehr äh Munition macht auch Sinn noch mal mit bestellen noch mal mit bestellen weiß ich was ich machen so als 7 uuuhh ja wär nett zu wissen was besser ist ja es lohnt sich auf jeden Fall abonniert hier den Segen ich würde ja schon fast sagen ich hier auch mehr Schaden ja würde ich auch sagen ja aber Schaden kann nicht immer gut sein naja warum nicht ich weiß nicht was als nächstes von der Upgrade kommen ja das was sie bringen ich muss jetzt wissen was ich jetzt investiere weil ich ja eh eine Reihe rausnehmen muss muss ja nicht mal andere Einheit noch hochpushen mitteilen wenn die eh wegkommt ja stimmt deswegen habe ich die auch noch so low leveled weil ich halt viel davon habe und nicht nur 2 dann hätte ich die schon maxed auch wahrscheinlich ich denke ich werde ah es ist eine schwierige Entscheidung hm hm ich nehme die auch nissen Gibt es hier 2 Sekunden oh ich krieg plus 2 Sekunden wäre meine super Fähigkeit oder ich also entweder 2 Sekunden extra meiner Fähigkeit oder ich krieg die äh 50% schneller die Fähigkeit was ist hier sinnvoll ich weiß es nicht genau ich kann es nicht sagen aber ich meine 2% länger Fähigkeit ist an sich nicht schlecht finde ich glaube ich auch besser als die doppelt aufzubekommen weil ich setze ja nicht so oft ein jo naja das ist jetzt so eine Frage wie du spielst ich setze sie nicht so einfach weil ich einfach die auf den richtigen Zeitpunkt warten möchte und dann ist immer so okay hat sie jetzt nicht gelaufen ja ich bin wieder zu Ende die Runde ja genau so ja ich stecke raus und mache dafür mal meine gut hier rein guck mal wie das so ist ich denke diese Ege bleibt einfach die machen sich schon bezahlt ich kenne die richtigen Namen sind öltere dumm dass ich sage ich immer noch was anderes dazu aus dem schuland aus schauber kann ich mal ernst sein oh ich habe sie nicht zerstört man schon rechtzeitig einen schönen Panzer vor der Tür gesetzt eine Sache mies wäre wenn die so ein riesen Fini weiter vorstellen würden movie Corazon so auf jeden Fall ihr habt eine Ate und ihr habt 2 von 12 nun sieht man das nicht warum wird es nicht ist dann halt will ich bitte darum machen sehr schön der stargang aber die fahrzeuge ich habe geschafft die drei türme hier in voll klar geld geld kristall okay das ist muss ja nicht immer alles overkill sein ja was war so eine explosion teiligen sie die skopje was ist da was explodiert ist es war auf jeden fall wahrscheinlich rückschlag für die auf ich mal 400 jahr pay ich einfach okay es geht rausbekommen wieder das gut ist meins und bis xp bekommen warum nicht machen wir uns nicht ein bisschen grünen schüttern sei man genau ist noch immer steht wieder hier das sind teile kommen im grünen steht hier freier kämpft das schwule sehr schön der ich noch nicht schade befasst zu beginn den torrenten noch machen die die muss ich noch mal okay mache ich noch das mache ich noch die testa spule habe ich hier abgehört ja nachdem habe ich ja schon auf max so zu sagen ja man hat das level ich glaubt hier noch mal rein wird alles bleibt eine entschuldigt ich war gestern noch gar nicht so getrunken oder alter du hast den duschkopf in den haben wir doch und gesagt er soll aufhören zu weinen das wird nicht da oben ich möchte es ja und machen das mit torrenten kämpfen und dann haben wir das gebiet sei mal vom skill level ja ganz gut in der hand finde ich gleich verkack ich wieder übelst aber die raketen machen schon großen unterschied ich habe reden erst dann ist dann schankst du sonst nicht auch nicht schlecht und ich wollte so morgen sportlich emotionen dankeschön der arbeiter zuerst an er ist unnötig so laut alles auf bitte danke ist geladen das habe ich gesehen das ist auch keine gegner was die schwäche so sieht das nicht schlecht auf jeden fall wo So, das ist alles geladen. Es sind vier Menschen, was hier ankommt. Stark. Ich würde sagen, mit Game ist es sehr viel leicht drucken hier. Ja, und ihre Abfahrt drucken wieder hier, aber... Oh. Hier haben sie ja immer jetzt in dem Bereich hier mit dabei. So, okay. So, angst ich wieder übertreiben, wie die eine Welle. Die war wirklich Abfahrt mit den ganzen Stuntypen drin. Wenn sie sich sparen können. Den Shit. Aber es ist unnötig gewesen. Wird es so schwer. Die Klinik-Beteilung. Oh, ja, ich muss sagen, die Segenwerfer. Die machen Menschen gut Flächen schaden. Die machen Luftflächen schaden. Ich habe es unterschätzt. Ich fand sie erst so langweilig. Oh, die werden für ein Segelbärter. Okay, aber... Ähm... Die sind nicht schlecht. Ha, schon fertig. Das ist das Schwule. Egal. Normalerisch kämpfen machen wir doch gerne. Oh. Wo viele Teile, Alter. Mit diesem Teil, ja. Dankeschön. So, Geld beanspruchen. Ich habe jetzt ein Segelblattwerfer abbekommen. Oh, ja. Und Panditen reinfängen. Gibt Chancen, nee. Ja, schade. Wie meine, habe ich den bitte gepusht? Alter. So weit noch? Oh, es müssen noch was zu machen. Ja, aber so richtig... Crap-Zeit habe ich nicht mehr, ne? Okay, doch, ich habe noch Crap-Zeit. Oh, shit. Ich habe noch anzieht Crap-Zeit. Oh, shit. Hier unten. Es geht halt so viel, aber es ist egal. Noch ganz viel Crap-Zeit. Das ist gar kein Problem, um etwas hochzupuschen. So, ich habe nicht gesehen. Alter, ich habe Crap-Zeit habe ich denn hier. Oh, mein Gott. Es ist ein schweres Maschinengewehr mit Explosivgeschossen. Ja, ich glaube, das ist nach meinem Geschmack, Steve, oder? Ja. 4,5K kostet es. Das ist schon ein bisschen teurer. Aber ich meine, es ist ein Explosivgeschosse, ja. Das muss cool sein. Mal eine Fabrik freikaufen. Ich spiele die mal vorher. Wo kann ich die? Nee, kann ja nicht freikaufen. Mordes mal. Explosivgeschossen wird interessant. Wenn die jetzt gut Flächenscharm machen und dann auch durchdringen durch ihr komisches Schild, das macht natürlich viel einfacher. Leil, wirklich, alter. Wow, so scheiße, landen Sie die Kopfball wieder. Oh, shit. Oh, er hat mich gekehlt. Sehr gut. Wir sind ecklinger Roboter mitgebracht. Ich bin direkt von der Aussee besetzt. Hätte ich gar keine Lust drauf gehabt. Das schmeckt mir gar nicht so lecker. So, zieht alles wieder raus. Das sehen wir ja auch, ob es alles voll ist. Soll ich reinziehen. Hab wieder raus mit euch. Alles habe ich ja auch in der Phase, so muss ich ja, das ist ja nicht euer Arzt. Kommt die Klinik, shit, ja. Geht so voll. Die 12. Obwohl sie nicht jetzt doch zu schnitten, voll sein sollten. Das ist verbagt oder so genäht. Egal. So, alles gleich. Nicht geladen, jetzt. Boah. Blöde. was denn was wird beim trocknen nass was handtet wenn wir es anfangen wird es aber nicht nass sondern trocken tja ja scheiße wo geht man durch ein loch rein und durch zwei wieder raus das ist auch eine zweite bildung sprüche oder was ja das sind doch schlechte sprüche schauen wir die wälder ohne nachzudenken der hat jetzt mal seine seite verlegt wo er seine schellsprüche alle her ich will schon mal für so eine kack sprüche ne das willst du nicht ein schleichwerung der wicke klassiske schleicherung kann man auf wasser gehen dass ich wieder karte krasse witz guckst du wahrscheinlich wieder aha doch dann wartet also winter ist und ich möchte ältische wieder teils ankommen sehr schön da fühlen wir noch ein bisschen und ich auch durch pushen auf exklusiv teile die körper die aussuche unter 20 halte was wenn man jemals mit fahrten auskommt ah lol aha so schöne sache komplett renoviert toll 1000 gibt es dann okay warte ich vier minuten ich bin nicht da was hat zwei beine und kann nicht laufen ein krüppel in rollstuhl die waren nie gut oder oh gott das ist mir gut geld ok mache ich noch geld jetzt habe ich zwei seiten exklusiv geschossen das sollte ganz gut funktionieren denke ich mal hoffe ich mal hoffe ich mal ich weiß nicht ich habe genug dampf übrig oh shit das ist ein guter Panzer das ist ein schlechtes Segel glaube ich oh shit das ist ein guter Panzer hopp ich glaube ich habe es schon auf gar keine art da war ich nicht ob ich war ich bin so schnell daumenkrieg ich bin so schnell daumenkrieg dies ist nicht so gut komm mal level ab boah, wir müssen uns wieder mal einer draufstecken genau so na so, wir haben das mal nachladen hier das ist ein großer Panzer auf beiden Seiten, oh ok Egelblatt muss viel schaden Schilderblatt 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 Boah, nicht schlecht Boah, sieh kann man schon so schnell Guck mal, ich sag mal, was gelten ist, was steht Hm Eiliger Tyrannia mach ich auch noch schnell Treffen sich zwei Piloten 130 Tote Den kennt man schon, der ist alt Jaaaa Denk ich mir auch gerade so Hm, rein mit euch Raketen Vielleicht brauche ich jetzt nicht Die, ah, die, die Die, die Die Kreissägelwerfer Genau Dann müssen wir die Raketen wieder ausschicken Ehhh Ich bin nicht Ich bin nicht Das war eine gute Entscheidung. Ich weiß nicht, was das Schnellfeuer als Visi-Führer ist. Oder was, kommen wir doch keine Ahnung, aber... Wir sind hier jetzt zu spät. So, die Raketen bitte rauf. Ja, bitte nachladen. So hoch rauf. So hoch. So hoch. So hoch. So hoch. So hoch, Metallィ Hat ja nicht gelohnt, egal. �� 26 Kindergarten Böse, das ist ein Schreck. Ich bin ein bisschen schneller. Ich bin ein Schreck, ein Spur mal wieder. Ich bin ein Segel, okay. voll leute ja gut da und alles geschafft zwischen das geld das habe ich für die teile ja das bitte richtig viel teil der uhr alles geil und verteidige es gleich was ich hier okay dann sagen wir erst mal das wort das ist definitiv geld ich kann hier nicht abgehören hier doch oder ich teile bekommen habe ich noch was weiter zu schlussanwälte bis 40 super fähigkeitschampen bis 30 wird es jetzt was schlussfähigkeit wortler wirst du wieder wissen rein war doch da bei dem über 20 und das schicke ich war ja gleich auch genau ich kann nicht weiter wollen die theoretisch doch gerne test der sprüche warum guckst du es anders er die frage ich mag mein bruder nicht mehr es einfach weiter ich verstehe ich habe nichts erwartet wurde trotzdem enttäuscht 15 prozent das sind 15 prozent feuer fest während der super fähigkeit oder ein schaden was ist denn 15 prozent feuer fest erkläre mit ist was ist feuer fest brand geschossen heißen die wahrscheinlich land schaden schwindigkeit aber ich denke mal brand schaden 15 prozent wenn das war vielleicht nicht feuer fest sondern dass du ja aber es heißt brand geschossen der haupt die überschrift von der skill ach so ja ich denke es wird zu brand und wann heute sein oder ich mache hat ein schaden mehr ich hier auf den schaden da ist auch schaden ist alles ich habe noch teile so dass ich den auf die super kraft davon ein ich das vergang auch relativ jetzt mittlerweile ich bin drauf aber es ist beides wie super kraft also nächstes deswegen jetzt ja nicht oft ein von daher habe ich da nicht auf das geht ja nicht machen weil ich es noch nicht freigeschalten habe immer noch nicht das ist so auf ich den test leiden kann ich weitermachen die habe ich schon hier max bei den mgs ja was ist denn die tiger war das direkt zahl tiger ist der sägenblatt werfer 34 und ist hier also nicht verwenden hier auch nicht spulen wenn ich so gut wenn ich jeder entlocken hier machen schaden plus zwei oder schuss geschwächer bis der schuss geschneidt brauche ich nicht schaden hast du noch weniger munition hätte richtig ich würde die gern muizeln erweitern aber wo nicht noch weniger alles gut ausgebaut hier die hornisse ist fertig komplett max out die feide kann ich nicht machen würde sie gerne machen also ich möchte darauf achten was bräuchten da jetzt eigentlich für ein teil wir müssen gucken wir verriert gerne was war geld ist einsammer das ist wichtig ohne witz hat sich das letzte mal ein stream geguckt hast du kurz vorrang 12 jetzt bist du vorrang 13 bis dort ein bisschen dauert bisschen dauert zieht sich alles hier ist halt nicht mehr so so schnell ist das teile ich genau gestellte ich habe ein paar befragen das müssen wir machen wir wissen geld wieder unten ist nichts ja ich muss die story spielen dann krieg ich alleine schon ganz viel shit aber die upgrades von den türmen haben wir halt gut geld gezogen gerade die kosten ja alle sobald ich die teile abkostet ja noch mal gold und das macht sich immer mehr gerade so ein von das abkostet 4.500 oder so das letzte das ist überhaupt jetzt habe ich geschießt in eine granatwaffe oder was hört sich so an die du bist die 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 auch fertig danke die 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 sind ganz schön kurzlebig noch Munition, ja die haben auch Bus, quasi Schuss da würde ich gern mehr davon haben was ein dicker Panzer, oh mey ich mach den Kleinen nach vorne weg danke ok, das ist super Blitz Munition davon noch ein Blitz da auch ja, war jetzt noch mal am glücklichen Glocke verstehe ich nicht hat das das bedeutet, dass jetzt ein Boss kommt oder auch oder was Boss ja war schon eigentlich, ja dafür muss ich selten, weil ich halt die die also lerb oder was verstehe ich noch nicht was ich verarsch meine Gildestrücker meins auch hab ich für 3 Euro die Blitzner sich schneller aufladen das ist nicht also ich da kann ich nicht schießen leider nein ich will nicht da rein ziehen ich kann jetzt nichts machen, ich bin jetzt übel jungsless leu bist du softlocked oder was nein ich hab jetzt einfach so ne damage reduction und kein damage mehr machen geil und kein damage mache und hab üh wenig Leben ja dann muss ich mich heilen ne geht ja nicht, ich kann mich ja nicht heilen ich bin ja gelockt irgendwie das ist auch besser doch ja naja jetzt hoff ich naja ja tschüss mit euch 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 Teile hier raus. Oh ja, ich brauche immer die Teile wieder hier. Die hier und die hier, die sind feuchtig. Was gibt das hier für ein Teil? Oh, das brauche ich auch. Da spiele ich mir mal frei. Auf jeden Fall das Teil. Auf jeden Fall. Look, das habe ich einen Schatten wahrscheinlich geschafft. Das ist relativ vielerartig gedacht. Die erste Welle. Ich denke, wir versuchen noch mal irgendwie einen Topf aus der Kiste auszugraben. Steht irgendwo ganz unten die Kiste, ist egal. Hast du so einen Hunger? Kannst du dich mal hungrig ins Bett nehmen? Nee, man soll ich wirklich essen da? Das macht überhaupt keinen Sinn. Luftschiff, Abwurf, Blitze und Raketen. Luftschiff wird ab... What the hell? Alter, alter, alter. Übertreibt noch mehr. So ein fettes Luftschiff, jeder weiß. Wo ist das denn? Yo, yo, yo. Jetzt schließt ich mal ein Trigger, oder? Schießt halt noch eine Einheiten ab. Alter, du kommst nicht auf die Schnauze, die fettes Luftschiff. Einheiten ab. Steben Soldaten schießt ab, aber nicht weniger. Der ist ja regelrecht ausgekottet von dem Vier, Alter. Die willst du ja Bullets spawnen, schau auch noch. Ich bin jetzt skippen. Nö, nö. Oh, jetzt kommen wir so eine Stunwelle. Nö, nö. Ist mir nicht. Also, okay. Was seid ihr? Oh, Scheiße. Donnerkanone? Segelötter. Ja. Würde ich jetzt nicht geschahne, machst. Alter, ich bin neuer Einheitskommunen. Kleiner Donner, lassen Sie die Kanone nie. Was? Kleiner Donner, lassen Sie die Kanone nicht schießen. Klicken Sie jetzt auf. Den Training. Was? Oh, ich hatte doch wohl hier. Yo, übertreiben nicht hier. Das ist mein ganzes, das ist mein ganzes Toppen. Oh, shit. Shit. Alter. Das ist ja noch schlimmer als, Alter, was hier noch. Boah. Noch schlimmer als die komischen Blitzviecher. Geld, Teile. Oh, ganz viele Teile, ob es geht. Zurück geht Geld ansammeln. Alle einsamen. Da haben wir gleich ein Teile bestellen. Und es neue Teile bestellen. Oh, ja. Ich habe nicht umsonst frei gekauft. Oh, ich habe kein Geld mehr. Also, Kinder gerne grünen Teile mehr. Aber ich habe genug Geld. Wenn wir den zu schicken mit der grünen Schicksal mitbringen. Oh, 3.000. Das bringt die Diplomatie unten. Auch wieder gut. 3.000 machst du mal. Und dann 100 noch übrig. Ich denke, ich hätte wirklich jetzt hier fight machen müssen. Upsala. Das ist schlecht gewesen. Egal. Ich kenne jetzt genug Geld. Wenn wir das schaffen, dann das schaffen wir. Komischen. Ich habe schon vergessen, wie er ist. Oh, viel müssen überleben. Okay. Yo, 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 yo. Wenn ich das gebe, dann würde ich hier so ein Shit haben. Das ist stärkende Einheiten. Das ist voll klar. Türmen, die Einheiten. Die können schon schwach werden von mir. So, da ist ein Alain hier. Oh Mann ey. Geht umso schwer leer. Dann hat er mal wieder rein. Dann lassen wir nochmal aufladen. Die Fähigkeiten nutzen. Aber jetzt ist wieder so. Da muss ich nicht die Fähigkeiten nutzen. Diese drei Menschen hier. Bzw. was größeres. Oh ja. Ja, das könnte man sagen, dass es ein bisschen größer ist. Wir müssen Raketen drauf. Bisschen IG. Feuer hier. So hart einfach. Das dauert. Das ist jetzt noch vorgemacht, bevor dieser Schutzschild kam. Wir müssen uns ein bisschen jetzt hier den Arsch abgerissen. Wir müssen uns ein bisschen jetzt hier den Arsch abgerissen. Und endlich neuer abgerissen. Und ich kann die Kanonen machen. Aha. Hier, komm. Erzähl dir nicht so viel. Was? Erzähl dir so viel, Alter. Für Dialog heute mal noch eindrücken. Danke. Paketen. Oh, 450 brauche ich. Ich habe nicht genug. 900. Uff. Und kommen die dann zurück. 1 Minuten 52. Muss der andere? Ich habe mich da auch ein bisschen geschickt. Zwei Minuten. Okay. Das wird auch ein Streit. Das hier ist ein bisschen. Okay. Man sollte immer Geld. Russland habe ich auch schon hier. Also gibt es auch noch hier oben. Hat das Russland hier oben? Okay. Dann hier einfach hier mit dem Boot langfahren. Macht der jetzt wahrscheinlich, oder? Dann hier runter. Also hier einfach geradezu. Und dann ist er da. Ich fange ja mit dem Boot immer so rüber. Was? Das muss ich übersetzen. Okay. Zerstören sie die... Chris und Zeppelin? Das ist ein Bossfight? Oh, shit. Ach so, bravend. Bonis. Streamwell funktioniert nicht. Okay. Ich würde warten, bis mir Rakete nach Level 2 sein kann. Und dann mache ich den Bossfight eventuell. Oh, wenn ich die Rakete schalte will? Oh, die Rakete ist ja auch nicht. Oh, ich habe jetzt 2. Oh, ich habe jetzt 2. Oh, ich habe jetzt gesagt. Das Rakete-Labor. Das ist noch nicht. Was kann ich machen? Aber das sieht cool aus. Oh, ja, die sind richtig fett aus der Raketen. Okay. Aber dann kann ich meine Mörser fett machen. Wirklich viel Schaden. Sehr gut. Tja, was hat zu früh geholt. Das ist jetzt spät. Und das habe ich halt lang Wartezeit gehabt. War bisher vielleicht geteilt, aber egal. Sagen wir noch, ich fühle das jetzt mal her. Ich schicke dich nochmal los und mach nochmal hier was. Nö, das ist auch nicht. Ich wollte, was mein... Andere Meter ist nicht der Entschickern. Rot. Was rot ist, was wir unter Geld bringen könnte? Uff. Alles schön geupgradet. Was war jetzt besser? Ach, genau. Die kann ich besser. Endlich. Oh, ja. Max, ein Auto. Oh, oh. Ich führe das. Man, ich habe das nicht. Das ist da hinten. Oh, mein Gott. Wollah, die Fabrik ist jetzt fertig. Weg, Alter. Das habe ich noch nicht. Ich habe mir so schön den ganzen Teil. Und genau, ich habe es nicht gesehen. Okay, gut vorausgeplant, aber er hat die sonst immer gut vorausgeplant. Und daher ist alles gut. Oh nein, 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 nicht die hier. Donner. Oh, schiit. Alter. Beruhigt euch mal. Beruhigt euch mal. Beruhigt euch noch klicken. Alter. Alle, ich brauche ein Klickwort hier. Das geht gar nicht. Krampf im Finger hier, wie ich sehe. Weg mit dir. Dankeschön. Ey, Alter. Hier sind noch mehr. Das ist wirklich frech. Zwei Stück von den Riesen-Teilen, das ist gar nicht. Oh, ja, ja, ja. Komm, komm. Komm, du rollst du da. Get down. Hm. Ja, ja. ja ist mein angriff reich so viel war wieso auch erst das ist ein panzer sagen und gerne aufschießen werde ich noch auf jeden das geht noch mal nicht mehr so fast hatte gewesen er ist mit unserem geben daraus machte schon ganz gut über akum und läuft doch ich habe wieder gefressen hier die bilder ist die johann laufen wir haben richtig schaden gemacht egal wir haben es befreit ob wir jetzt auch teile bestellen dafür oh ja geld danke schön den boss feiern wir nicht ohne das machen die max outen schon und das abgärts reinpumpen schraube sowas hier ist jetzt irgendwelche türme diese irgendwelche die sinnvoll sind hier aber die benutzen können auch das ist meine mörser ja so heißen ich verstehe auch nicht um diese heißen die energie abgibt in dem namen das ist so danke für nichts abgibt jetzt ist ein boss fight boss zeppelin boss falls war jetzt mal ganz cool gemacht guck mal wie cool sie diesmal für mich sind ich bin wirklich aufgeregt weil die bossfälle so unfair sind wird sich herausstellen mal die nächste teile bestellen 1.40 nach oben an naja mal gucken wir uns ein bisschen zeug hier an wieder grüner shit das sieht gut aus sagen wir nochmals mal mit den teilen aus wow das ist nicht viel aber es ist auch nicht zu wenig da hinten gibt es erst da hinten gibt es erst wir haben uns noch mal das sind wir auch mit das haben wir auch bestellt das haben wir auch bestellt ok wir haben wir auch mitnehmen das ist nicht das haben wir schon ein magnet oder ein magnet das haben wir jetzt schon bestellt da hinten hat er ist er aber sicher ich glaube noch ist es das ich brauche ja es kommt endlich an jetzt kommen wir mal schnell frei schön müssen geld gemacht wieder das teil ist da wenn ich jetzt schon kaufen auf jeden Fall nicht so cool ok schwerer warte mal das macht definitiv viel mehr schaden das kaufe ich auf jeden fall das schmeckt mir doch richtig lecker ja das macht jetzt richtig gut schaden das alter riesig schützt haha das macht jetzt 55 bis 75 vorher das 34 bis 52 gemacht das ist von der vom pfeil auf die lanze gesprungen ja oh h was kann ich hinten noch upgrade schaden plus 5 oder ja mir auch mehr schaden oder dass der effekt sich schnell aufliegt nirg mehr schaden würde ich sagen ja ich wollte ja alles auf schaden hoch ob es so gut ist keine ahnung würde ich zeigen aber ich staune meine tübe sind jetzt schon viele maxed out das ist die 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 ersten die mgs die granate sind maxed out die blitze und die stehen noch nicht und die raketen noch lange nicht aber das ist ja an sich zwei von vier türmen sind maxed ja das ist so okay die blitzen auch fast max out da bräuchten noch ein level up damit auch ausmerksam ja kostet alles jetzt noch recht viel recht 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 viel geld ja und rohne kommt noch nicht wo sind das 1 wird sie noch das so wieder irgendwo hier aufschieds hier rüber jetzt von hier geht es hier das wasser oder sonst würde es keinen sinn machen ja was kommt hier noch an auch ein magnet ok du brückst wirklich guten stuff mit ja aber ich kann jetzt nicht los schicken mehr ich brauche das geld um es abzukaufen der boss fight bringt wie viel ein 2.500 xp 2.500 xp wie viel brückst du hier nochmal bin ich da ich bin nochmal los da nochmal gut geld 2.000 bestimmt mal 1000 bekommen ok das ist hier wahrscheinlich 20 sekunden ist es da recht in einer gerade für alle mal auf richtig viel charme das ist geil 30 80 schaden zu machen das ist schon mal ein großer unterschied ja ich habe so viel slot 2 für ich weiß gar nicht warum ich so viele bekommen hier verstehe ich auch nicht naja naja was doch alles versuch uns noch eine boss fight wenn das ein level 2 da bin ich ja schon längst drüber haa das soll ich locker schaffen bin ich ja auch ein portfueles gebiet merke ich gerade wenn der boss fight schon die anforderung wenn ich die schon ein level ab und ein level höher schon erfülle also ich habe mein tipp schon ein level höher als sie wollen jeden dann bin ich definitiv über portfueles gebiet ja naja naja ja doch man kann den nicht schon langsam machen das ist interessant wie der jetzt wird guck mal wie die grad hat der jetzt aussieht die sieht richtig fett aus oh lol du bist also der boss ok was ist das denn was ist ein boss fight alter ist das schnell ach nur auf einer seite ja der boss ist auf einer seite 1.000 leben alter oh nein er schießt oh shit er schießt den mist ab hier oh ja mein tipp ist dann hier hat als schwäche sägen ok dann packt noch die andere säge da rüber ja ne 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 wenn uns nicht ich komme in der zeit der denn hat er was 10.000 leben mit wie ja bloß ist gut meine säge ist bereit läsche 100 charts kommt was los oh shit Was Was hat er gemacht? Wo ist er reingeflogen da? Oh, ich muss das in den Antrieb erstellen Okay, ich verstehe es, ich verstehe es, ich verstehe es Ich darf die erste Nacht erstellen Dann fehlt uns das Schütze da hinten rein Macht Sinn Hm, vielleicht hätte ich wirklich noch ein zweites Segelotten drüber hier Kannst du nicht den komischen Granatwerfer da unten wegpacken und das andere MG hinstellen? Ja, theoretisch der Archivwerfer macht doch hier die fetten Viecher Hm, ja richtig Okay, er greift das Schiff an gerade Die MG machen das gerade Nee, das ist kacke, der muss definitiv wieder reinziehen Ja, war eine gute Idee, aber leider nicht Okay, da muss Strom ran Jetzt habe ich keinen Strom hier Oh shit, waaaaaah Oh kacke, er habe ich nicht verkrackt, jetzt habe ich den nicht befreit Okay, drei Versuch Also, ich brauche definitiv Strom hinab Und gleich seine Waffe ausschalten schon mit 1400 Gold schon sinnlos ausgegeben Hm, ich habe bald auch nicht mal genug Gold dafür, um das zu versuchen ja Das ist sinnlos, es ist halt schwierig The Boss Fight Der so viel Phasen hat er noch nicht gehabt Der war halt schon vor Ewigkeiten gewesen Und wenn ich dann eine Kanone ausgeschaltet habe, dann geht die Schmiede nicht mehr auf den Sack, das macht Schmattes Viehs einfacher Wenn der Tür nicht mal ausschaltet Okay Warum schießt ihn nicht ab? Oh mein Gott, Alter Schießt ihn noch ab, Alter Um deinen kackigen In deinen kackigen Ich brauche nur mindestens zwei Geschütze, um die Raketen abzuwerben Oh ja, das ist ein Gestunt Oh shit, 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 sh... Ich brauche die anderen Geschütze hier Ich brauche die Schnellfahrergeschütze hier Wir haben gar nichts mehr rumsteben Werde ich hier brauchen habe ich noch Upgrade, habe ich noch Teile dafür, ne natürlich keine Teile dafür, und was auch sonst dann werde ich jetzt hier wohl noch bei der Müll reinschmeißen müssen Müll, mehr Granaten, Schussgeschwindigkeit, Schussgeschwindigkeit, mehr Granaten, ich weiß ja nicht, ich kann nicht entscheiden nicht machen dafür, was willst du denn jetzt opleveln? um den Boss zu schaffen, da macht Schussgeschwindigkeit nicht mehr Sinn ja, Schussgeschwindigkeit, ja nachahnen kannst du ja nicht nachahnen kann ich auch ne ja, aber lohnt sich nicht hm, das ist richtig vor allem wenn es nur ein Turm ist hm 5000 ah wo soll ich dir jetzt 5000 bekommen? hm hm Motorenkopf wird reparieren oh man, ey, solch ein Geld mehr ich kann nicht mehr automatischen Kampf machen, oh scheiße ah, der Bosskopf ist so teuer hm er muss jetzt hier mit einem overpowereden Turm jetzt hier alles weg klatschen hoffentlich 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 ja, also ok, ja, ok ich klatsch das weiß ok du siehst, was ich meine, das ist alles gar kein Problem mehr ja wo ist der dreifache Vorspulbutton? hm, den vermisse ich schon sehr lange vierfach wäre auch schon schön gewesen, aber nö wir sind immer definitiv zu schnell leer wir sind immer definitiv zu schnell leer ich glaube ich unten zwei schnell fahren wir machen ja auch schon vieles weg ich muss überlegen komm jetzt, komm ich ja, ich brauche Geld da frage ich mal so, brauchst du bei dem Bosskampf überhaupt Raketenwerter? nö eigentlich nicht ich hab sie doch vielleicht eintauschen gegen einen MG wurde er gedacht, ich mach da oben eine Säge hin da oben eine Säge, dann Blitz dann noch eine Säge, dann MG das schnell fahren wir und da unten kann man werfen ich brauche zwei Säge, um die ersten auszuschalten dann brauche ich einen Blitz und dann dann Stun auszuschalten, damit er meine Einheit nicht mehr stunnen kann und dann dann brauche ich nur noch MGs oh Gott also erst brauche ich zwei Säge, dann brauche ich Stromstoß und dann brauche ich MGs so muss ich am besten zwei Säge auszuschalten, damit ich gleich schon die ausschalten kann die Antriebe, damit ich gleich dann den Stun weg machen kann weil ich in den zwei hab weil da kann man ein Türme nicht mehr stunnen das macht das vieles einfacher, weil ich hab da euch verkrackt, weil ich immer nicht gesehen das ist ja mein Türme-Stun und dann war es natürlich doof und da ist meine Raketen komplett durchgegangen weil mein MG-Auen war das war ein bisschen zu doof 500 plus, aber ich brauche mehr Geld ich brauche 5.000 Scheiße was? ich hab zu ah reicht, okay 500 habe ich ausgegeben, wie viel bekomme ich wieder zurück 600 okay, ich habe jetzt nicht viel mehr plus, kann man ja von zwei Teile bekommen die will ich aber nicht haben ich will Mann oh Gott, wie viel will ich aber nicht haben ich muss Geld haben ok, ich hab bestimmt Geld 70 hier kriege ich was raus naja 3 ok, das macht nicht viel, aber das muss ich kämpfen ich würde sich auch mehr machen, wenn ich einfach das so machen würde und das nicht kaufen würde, aber das ist halt der automatische Kampf ich habe keine Lust wie soll ich für gegen 5.000 zusammen bekommen hm hm, keine Ahnung 1800 noch hm, die nur noch das kann ich freikaufen das kann ich freikaufen 400 habe ich ausgegeben 450 Zeug bekommen ok, das ist jetzt nicht so eine gute Idee gewesen aber meistens kein Minus das ist immer nicht schlecht ich kann ja nicht überspringen hier ah, ich muss mal bis meine Städte wieder oh, das dauert noch so lange noch bis da ohhh ooooooooooo ooooooooooo mein Gott ok, mach ook'n fight wo kann ich denn irgendwas hier ist alles nichts mehr da hier oben da machen wir den hier nehm' mal durch da steht auch wieder Geld von der größten zu kriege ich 1000 so, das klappt wär ich jetzt nicht groß wie den Schaden am Turm kriege oder das klappt mit dem polen nein da kommt die euro ist die gelegenheit ist dann zwei stück wieder ich kriege nicht über den dampfstrahl jetzt 1 sterne schon verloren ja das ist egal was ich meinte da zwei stück hast du keine chance absolut wirklich nicht so viel schauen dass ich das geld nicht mehr rein kriege das ist egal zwei von diesen fetten ich hasse die also das geht kein kann sich um die alle zwei zu kriegen ja gehst du bei so viel schauen wir so ein paar kleine fußdaten muss ankommen die war halt auch masseschaden wollte alle tippe da und auf der seite nicht machen kann es ist so gut gedanken dafür nichts effektives weil kann ich sie machen bei der anderen gewesen und weggenommen bei dem stand ich möchte die gewitter und ein was sie wieder Mal, jetzt schießt doch da einen dreckigen Schuss rauf. Oh mein Gott, ich krieg ja so viel Schaden, Alter. Das ist so dumm, ein T, ja? Alter. Mal, da krieg ich Anfall oder sowas. Ladet nach hier. So ein Kacktürmer, Alter. Geiler Schall. Das hätte ich richtig weggemobbt. Ja, meine ich, guck mal, das senkt man gar nicht. Jetzt krieg ich wahrscheinlich immer noch Geld daraus. Ja, aber auch 750, Alter. Verkostet die Reparatur für den Kacktürm? Ja, da reicht es hoffentlich, ja, reicht es gerade so aus, ey. Kann ich den Boss eher machen und dann muss ich es schaffen, sonst muss ich es wieder warten. Ein paar Schrauben noch übrig, nur bestimmt ein paar Schrauben noch eben, guck mal da. Schaden oder den Effekt. Guck mal, hier bin ich noch Geld, ist egal. Wollen wir eigentlich überlegen. Bosskampf. Eine muss ich rausnehmen, muss da, das ist falsch ausgenommen. Ja, ich gehe hier. Mach dafür das Schnellfeuerteil rein. Minimum Level 2. Ja, ich bin da voll gut drinnen. Ja, meine ganzen Sachen sind besser. Die sind sie auch. Ach, sie trotzdem nicht. Wenn das gute Times kantiert. Die Raketen können wir rausnehmen, haben wir mal gekriegt. Dafür mache ich den mal hin da rein. Dann wollte ich den. Boah, ja. Da wollte ich den. Wie heißt es? Den Trigger entpacken, ne, so. Genau, die brauche ich, dann brauche ich einen Blitz. Dann geh mal unten die Raketen an, Abwehr und sowas. Ich packe noch einen Gere, falls es nicht rechnen sollte. Ich finde mich denn. Hm, 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 schaffe ich eh nicht. Na, kannst du nicht die eine Seite ein bisschen leerer machen? Warum, das ist doch egal, ich brauche die doch nicht. Deswegen ja, damit du vielleicht besser wechseln kannst. Hm, ich wechsle eh nicht. Dann könntest du notfalls noch einen MG oder so reinsetzen. Ich habe ja hier drüben zwei MG-Platz hier ins Bauch. Das MG schießt schon mal sehr schnell. Ach, was ist das pro Sekunde, Alter? Durch sein gleiches MG, um diese Raketen da aufzuklappen. Das gibt es aber hier nicht. Nicht mit mir. Erlehnt, eh. Guck mal, wie die alle weg macht. Okay, liest du das? Alle weg. Oh Gott. Ach, ich kann sie auch wegziehen. Okay. Und jetzt da. Das ist sehr gut. Schieß doch auf die scheiß Raketen! Oh mein Gott, du dummes Teil, Alter. Ja, wenn die du jetzt nicht versetzt, ist es wie erst drin. Er hat einfach so gesagt, oh, ich sehe auch gar nichts mehr. Ich bin nicht mehr umgehe. So, jetzt kannst du dich gar nicht mehr anklären, Türo, bitte. Hm, auch praktisch. Jetzt kann ich mir so ganz wie ein MG reinkloppen, um die ganzen Scheiß abzuwehren. Ich muss noch hier ein MG. Oh, sie hat fast getroffen, schade. Lade doch bitte auf, MG, danke. Oh, es ist frei. Ist es da? Was für Leben hat er denn? Hat er die Knie hier aufgedrückt? Halb down, also. Alter, erst halb down. Warum ist es da erst halb down? Was habe ich ihm getan, als es erst halb down ist? Oh, ich muss den G-Sanladen, Alter. Hilfass alle richtig, Alter. Ist das nicht so gut. Das ist gar nicht gut. Er schießt nur noch Raketen, Alter. Aber hat er ja nicht, ja. Ich will mir lieber gucken. Mal mal, wenn ich die Liebe entgegengegen. Ich habe sichergestellt, aber auch ist gut, lange so runter. Ja, so viel Schammer ist das sogar, das wir nicht. Ah, es ist der Brand, schaden. Ach, wenn es brennen. So. Ich will, wo es umgeht, glaube ich. Da habe ich nicht eigentlich hasst. Ob ich da eigentlich, ja, das geht ja auch noch nicht. Hätte er das, dass wir ja echt viel leben. Hm. Was kommt denn für viel geilen Loot haben, weil er nicht nur Geld? Ach, tausend. Oh, und richtig hochwertige Teile. Schockgeselle, Alter. Das ist super. Brot, Alter. Verteidigen sie sich mit reichen. Okay, mache ich doch. Noch eine Herausforderung. Instant 11.000. Hm. Noch mal Geld jetzt hier. In meiner City. Soll ich mir Teile bekommen, ja? Oh, richtig geilen Pisten. Na, aber der Thomas schon wächst. Glaube ich nicht mehr. Blitze, eine richtig schnelle Tesla-Spule, die brauche ich. Ah, ich habe so viele Tesla-Teile, Alter. Sieglerdwerfer, auch richtig schnelle Teile, okay. Und Raketen. Ja, aber ich kann die Gebäude nicht machen, weil ich noch nicht Level 14 bin. Ach so. Ja. Das ist mein Problem. That's my Problem. Ich bin voll mit grüben Scheiß. Noch nicht. Doch, doch. Ich weiß mir nicht voll. Hast du jetzt endlich dieses Dreieck ausgeschaltet? Ja, schon lange. Lange ist es ausgeschaltet. Segen, sägen. So mache ich das. Und um auch mit Räder. Redenwerfer rein. So ist es wieder alles wie sonst auch. Gott, mache ich dir einfach die komischen Felder hier. Ich habe wirklich etwas nicht, was stark ist gegen diese Stun-Türme. So kann sie wegziehen. Das ist eine Idee. Ich bin einfach weg davor. Und jetzt im Siegel wird aufgeladen. Das wäre sehr hilfreich, aber habe ich leider nicht. Ah, das habe ich dafür. Voll. Hm, warum kann sie gelaufen, wenn ich jetzt... Nee. Oh, ein Hupfer, okay, ist dauernd. Zecken, was ihr könnt. Nichts guter, ich habe erwartet. Ich würde die Roboter ja gerne empfehlen, aber wir sind zwar nicht bereit. Okay, jetzt ist es egal. Wir gehen so schnell da ohne Roboter-Händler, weil das ist alles so gut. Ich bin weg, aber ich habe einfach einen One-Hit. Hier haben sie schon richtig viel Leben, die Roboter. Hier haben wir wieder. Hier gibt es eine Ahnung, ob ich Colombique gewonnen habe. Ich will einen Dampfstrahl haben, bitte. Das reicht noch nicht ganz, oder? Ganz gut. Ich versuche meinen Sie nur schnell auf den Boden. Lass mich absorbiert. Oh, ist schon gut Schaden gemacht Ja, ist so gut denn los Ah, ich will noch nicht schicken Das tut mir auch gut Schaden Hm, okay, die Arbeit kommt hier nicht gut Schaden Vielleicht ein Dampfstab wieder voll Check Ja, das ist die weite Punkt hier Vielleicht heißt es, dass wir die anderen Gelben weg machen Das werden wir abwärmen Vor allem einfach Historik-Missionen, dann fange ich das auch weg Wenn nicht so schwer ist Wenn, Alter, wie ist das andere? Ja, naja, es gibt auch welche komischen Wie der Bossfight zum Beispiel Da war halt schon ein bisschen sehr eigen, ja? Komm, ich kann nicht mal den Effekt erinnern, das nutzt sich ja nicht mehr bei euch, ja? So geht's Dankeschön Hm, ja, gab kein Geld Nicht mal Teile so richtig Ja, okay, machen wir schnell mal hier Den komischen Shit Wollen wir erstmal kurz nach der Stadt gucken Geld abgraben hier Sehr schön Jetzt müssen wir machen Ach, haha, erstmal noch hier Sachen bestellen Ach, haha, erstmal noch hier Sachen bestellen Alter, ich nehme hier richtig gute Shit mit Tesla-Spuren, aber man ich kann es nicht nutzen das ist so traurig eine großbestellung aufgeben richtig große großbestellung wieder mal ein bisschen was kämpfen hier panzer kommen okay die zwei woche er kommt ist mehr aha nein hier kommt das sein der kopierer schon den Landungshelie ab oh man was ist das oh oh shit fährt mir gar nicht auch in einem fetten Landungskrank hier ne 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 nicht so viel Schaden machen danke die dicken Panzer was? zwei davon? oh shit alles raus zu haben was ich habe ja doch ich habe alles raus zu haben nichts mehr ich glaube es sieht sehr komisch aus aber ich habe es geschafft okay ich habe es geschafft sehr schön Geld immer noch nicht erreicht unser soll 200 kriegt er ich kann zum teil daraus oh ja 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 Hawai ja Geld ja 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 Die haben uns noch gestoppt, die die Kopfhörer aus absetzen konnte, ist gut. Oh, das Aufladen nochmal schnell hier. Ruhe vorm Sturm. Ah, tja. Ein paar Aids noch vorbereiten, sonst skippe ich jetzt einfach. Wir finden alle. Ah, es ist ja nicht viel Herausforderung, hier was gekommen ist. Alles nachher, gleichzeitig. Schauen wir uns noch mit einem Turm. Okay, da ist ein großer Französchen, warte ich noch mit einem Turm. Guck mal, naja. Geben auch. Sehr schön. Du musst nachladen erstmal hier. Komm mal. Ja, komm. Warte, wir haben jetzt nicht bei dir genommen. Ich habe schon noch in der Seite, was ich mir nicht aufwerfen habe, weil hier jetzt Ruhe ist. Oh, nein. Die zu wellen. Okay, alles haben sie noch. Die zu wellen. Da würde ich keinen Blitz abschießen. So, weg mit dir, danke. Ja, das war schön. Segelblatt rein. Oh, Blitz. Schöne Sache. Segelblatt rein. Bisschen weit. Genau. Genau. Ja, bitte. So, die auch dauern. Woher weiß man, ob man das allergisch ist. Wenn du anders ist, du mitkriegst, dass du das nicht verdrinkst. Okay. Okay. Woher kriegst du denn auf Karotten allergisch? Ja, vielleicht wenn du immer Karotten isst, durchverkriegst oder so. Dann weißt du, okay, vielleicht soll ich keine Karotten mehr essen. That makes sense. Ja, das ist richtig. Nur shit, Sherlock, oder? Das war ja nicht so schwer rauszukriegen, wie bald rausgehört. Ja. Digga, das habe ich jetzt absolut gar nicht verdrinkt. Ich habe das schon gekriegt. Ich habe gedacht, ich sterbe. Oh, kommt passiert. Nur eine Belge Erkenntnis. Ich bin doch wirklich krass allergischiger Gesten in die Luftrühreranspiele, so wäre das schon ein bisschen kacke, ja. Das ist das Rote, oder? Ja, shit. Und Geld hier auch noch hier. Schöne Sache. Mann, okay. Ich bin jetzt wirklich mit dem. Ja, ein bisschen drumherum. Habe ich so unten irgendwas? Ja. Kauf ich frei. Operiere den Turm, bitte. Danke. Bekaufen. Ah, schon Teile bekommen. Und dann haben wir gar keine Angreifen. Okay, sie sind so machen. Wenn sie es nicht wollen, müssen sie wissen. Ich besiege den Kult nochmal schnell überall rum. Ey, jetzt spielt das Spiele seit 4 Stunden. Und es ist immer noch nicht langweilig. Ne. Das hat ein gutes Zeichen. Tja, war für 93. Aber gefühlt wärst du durch den Ende. Ja, ne. Es ist vieles Max Out schon. Es ist noch nicht mehr viel da. Vergangen wir halt nicht mal zu machen. Also, in diesem Spiel. Heute werde ich nochmal zu spielen. Ja, vielleicht. Und hätten wir noch einmal weiter spielen. Da war ich das auf das CsG Entonces. Nein, ich habe Bock auf das Spiel. Nein, ich habe auch auf das CsG. Wenn ich dann nicht das Spiel spiele, dann werde ich das nicht zu einem spielen. Könnte ich mir gut vorstellen. Kann sich mir dann gut vorstellen. Wenn ich mich dazu nicht zwinge, würde ich sagen, sie enquret und zu das Spiel und präumgieren. Und wittz dich. du musst die regierung ist dann schiffen gibt es kloppe das habe ich kein lust oder falls ich ich bin halt das ist ein pferd panzer ok 2 das war wieder er muss wohl übertrieben haben jetzt so ja die körper zu bauen einzig erlaubt stattdessen ich glaube das ist ein dp boah jo eine sache haben wir geschafft oh ich bin jetzt schon ein erwerb zum kärschmisch bekommen jetzt kommt hier schon das an ok die vor ganze schiff wieder wo sie ausgestattet muss ich sagen für die rohe von der woche definitiv die noch unterliegen ist der abwärtschen mit der tasche haben das ist jetzt noch 31 die fehlen die klima jetzt zusammen das nächste level ab 7 dann kann ich endlich das war das die raketen sich besser machen und die blitze steile also also alles ja ich glaube das ist alles ja es gibt noch ein setter aber ich weiß nicht genau welches ich dafür brauche es gibt von dem hauptgebäude gibt es noch ein upgrade was mir technologie zeit ergibt dafür gibt es noch ein upgrade das habe ich noch nicht weiß ich welche ich dafür brauche aber das wird noch etwas sein ich glaube ich 16 oder du hast level 16 schon ein bisschen dauern wenn ich das habe ist auf jeden Fall late game das ist kein Problem late game alter wie wirst du das nennen schlussspiel ja endgame endgame ist auch nicht besser ne ne bin ich ja late game ist halt einfach englisch dafür endgame ist auch englisch aber schlussspiel spielschluss oder wenn man die ganze schaden am händen geht da gerne weil ich hatte das teil weil ich alles was ich hab okay ich hab's gut gekriegt alles volle breitseite rein baller ist kaputt aber ich hasse das teil die Pesten dann was ist rakete von gebäude der gibt der gibt richtig stressig für dich würd ich kann ich dir sagen alle vorgeladen boah oh ne wenn ich so machen soll ups egal ich glaube ich hab noch mehr Töpfe rauszukramen da ich ja 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 tu mit deiner Töpfe alter den gas doch angestuft der gas da wo ist dann wo ist dann und wieder da oh shit aaaaah was zum Teufel what the heck ey alles klar ich stehe machen wir was auch hier wollen das sie wollen können wir gerne so haben es ist kein gar kein Problem ey der muss sie am rauchen dann meint es boah ich hab ja andere gebiet nö nö und asiataktik mir ankommen doch ich hab keine Lust drauf ich bin einfach ein steam stein ich bin einfach ich wusste ich immer als steam ist einfach immer halt steam ne die spiele plattform und es ist einfach steampunk dauert also das ist hä ja ja fuck ach joo er viel ab und mehr wenn ich werde ich auch stoffen für heute das reicht dann auch also für den jetzigen stream dann werde ich nachher der er ist es an auch die schuld das ist mir so schnell weg das ist alles eine minute noch alles ah lol die uhr in dem turm leutet immer zur vollen stunde als ob das ist wirklich die uhr in diesem turm leute immer wirst du von ich darf kommen alter das ist wirklich die uhr da ist doch rum ich habe mich schon schon gezockt hier alter ja ja das ist eine schöne idee aber ob man es braucht und das ist die die gesprache warum nicht kackige denn das ist mir ein bisschen stress das soll ich nämlich alles wecken geht es ist ein update ein update ja ist immer so ja vielleicht werden es bisschen verzögert weil es nicht ganz schafft haben oder so keine ahnung jeden tag um eine uhr oder was jeden tag um eine uhr geht zu naht hotfix oder patch keine ahnung wie das nennen was wir wieder irgendwelchen kack gemacht haben nein das machen wir einfach jeden tag um die mission zu resetten also jeden tag ein update er kriegt 13.000 kronos geld da für sich das oha meine tesla kann ich richtig geil bauen alter und meine raketen kann auch geil bauen so was ist ist lecker also mein tesla spult spult skis ja die kann ich maxen jetzt aber ich habe mir 45er alter die sind die alte spule ich brauche den trafo krieg ich den oh ein neues gebiet ja ist okay ich kaufs frei ich muss das mal kurz allerdings bekämpfen hier ja und fabrik frei kämpfen ja weil halt ne und so ich mal teile brauche ja mach ich die tesla teile richtig geil fett ich meine das paul sieht jetzt schon richtig richtig krank aus wir haben die ganzen waffen drauf weil sie noch kranker danach aus wahrscheinlich wahrscheinlich garantiert ja richtig krank was könnte er krank schon ja nicht was heißt halt los oder was warum darf ich krank auch nicht sagen ja darf ich auch nicht mal schlagsahne sagen äh 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 Fluchtzeug. Genau, Fluchtzeug. Vor allem riech dich aus. Yeah, you're good. Oh, ja. Es gab mehrere. War nicht sehr lustig. Ah, Family hab ich durchgeguckt. Leider. Hat gedauert, aber... Oh, shit, was bist du denn? Was bist du denn da hinten? Was ist das denn, Alter? Okay. Sie schießt Raketen auf den Rücken. Abgrößt, kannst du nicht vergessen hier. Mein Freund, ja. Weg mit dir, danke. Schon mal nicht mehr gehabt, der Gegner hatte ich ihn schon mal, weil ich hatte keine Erklärung mehr bekommen, dass der machen wird. Ja, nie ausgekramt, wahrscheinlich mehr. Der ist anfällig gegen Elektro, also. Wow, ist okay. Vielleicht über die kackige Fabrik, dann habe ich eigentlich die Teile bestellt für die Tesla-Spule auf Maxen. Obwohl, das bessere Teil von Tesla-Spule gehe ich wahrscheinlich wieder ganz woanders, wenn ich hier in der Fabrik frei kämpfen und, oh, das zieht sich alles. Egal. Dann gehe ich mit meinem Tor Maxed Out erstmal noch in den Startgebieten hier rum, ja. Also, mit Game-Gebieten und dann bin ich noch nie beim Late-Gebieten, aber das ist ja kein Problem. Oh, oh, kommt zu dieser Landungs-Zeppelin. Shit. Ha, die Seite, die wollen es wirklich wissen hier. Oh, 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 oh. What the... Warte mal. Chill-Match, 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 chill-Match. Chill-Match. Ich habe viele leichte Probleme gerade hier mit Gegnern und so. Ich habe es geschafft. Hau zu alles sehr knapp, aber ich habe es geschafft. Puh. Jetzt erinnere mich, ob es das tricky nochmal. Oh, gell, sehr schön. Ganz trinkt total. Okay, dass wir gucken. Testspurs, okay, das andere hier. Ja, oh, da oben, das ist... Oh, shit. Für die Raketen? Da oben? Oh, GG, Alter. Und das hier? Yes. Ah, verstehst, G, okay. Hey, ja, ich verstehe. Geht das als Kannibalismus, wenn man sich selber ist? Hm, keine Ahnung, was brauchst du mich da? Ah, okay, ich habe ja keine Auswahl mehr, oder? Was ich hier aufbaue? Hm. Was brauche ich denn denn, das Teil hier? Habe ich die anderen Weggehe, als ich verstehe? Ah, ja, das ist besser, Freikämpfen, ja. Gucken, wo das sie schaffen. Das fühlt sich ein bisschen anstrengend, ja, wieder. Hm. Oh, shit, jetzt ist das Raketenviewee wieder da. Oh, shit, jetzt ist das Raketenviewee wieder da. macht das relativ gut, das bis jetzt noch, aber naja. Jetzt raufen, danke. Und kaputt ski. Ja schon. Was? Luftschiffmaschine, Säge und Strom. Was zum Teufel. Stroms hauptsächlich, ja. Säge und auch noch schaden. Ja, das funktioniert. So müssen Sie vielleicht ein bisschen falsche Schaube achten. Fake Eye. Das passiert. Alles noch. So nachladen. Genau. Nach loaden. Ja, du hast mir ja gesagt, hast recht. Ja. Ich habe es bis jetzt ziemlich einfach, das ist sehr komisch. Dieses Gebiet. Das Late Game hier hinten. Deutschland, du wollen wirklich nicht reinziehen, das ist so. Tabu-Gebiet hier. Warum auch immer mit nach Deutschland. Das geht gar nicht aus der Storyline davor, ja. Ähm, die ich dezent nicht gelesen habe, weil die es auch voll egal ist. Oh lol, übertreibt man dich hier, Alter. Ohne fucking Witz, Alter. Ich habe gesagt, es ist so einfach, aber... Oh shit, Alter. Oh fucking shit. Dampfstrahl. Oh shit. Das ganze Problem mit Damage habe ich hier. Ich darf es nicht verlieren, ich will nicht normal kämpfen. Oh, ich habe es geschafft, ich habe zwei Lampfstoffe angesetzt, aber ich habe es geschafft. Ach, gg, bin runtergefallen. Ach, Steven. Oh, ja, komm, ich will noch eins haben, danke, Blitze, Kettenblitzgenerator, was macht das jetzt besser, ich könnte mal ein bisschen Schaden höher, oh, ist okay, ist toll. Oh, was kann ich jetzt machen, fünf Schaden mehr oder 1 plus 1 mehr Kette? Kette, oder? Oder Schaden? Fünf Schaden mehr? Oh, Schaden. Ja. Aber wenn du meinst, dass du Schaden führst, ja. Die Abgeizzeichen auch geben, ja. Eine Rakete, aber sehr hoher Schaden, nö, möchte ich nicht, ich möchte viele Raketen haben, oder? Ähm, ja, die Munition, ja, ist wenig, ja. Ja, aber ich sag mal, die macht halt ultra viel Schaden. Das ist ultra viel, ich weiß nicht, wie schaden, aber viele Raketen. Ich denke, wenn ich mehr Raketen mache, kriege ich auch mehr. Ich glaube, mehr Raketen ist besser, oder nicht? Ich habe insgesamt mehr Raketen, die ich verschießen kann, und ich habe halt eine, die ein bisschen tankiger ist, aber wenn du ja auf Menschen schießt, ist das immer so, öff. Ich nehme viele Raketen. Viele Raketen wäre ich geiler. Liebe dich. Viele Raketis. Oh ja. Das sind meine vier Raketen. Oh ja. Ich muss die Punkte reinstecken, das ist jetzt auch soweit, genau. Die Säge, aber ich kann ja nicht, die Säge kann ich auch nicht machen. Oh, ne, 50 Platz, genau. Hier unten die Teile. Die kann man abgraben, aber da gibt es keine richtigen Teile dafür. Das ist so super useless, Alter. Die jemals mit irgendwas abzugraben, was nicht Müll ist, ja? Schussreichweite, ja. So. Schaden. Oh, Schaden. Der ist immer noch kacke. Ich will das nicht mehr upgraden, das macht keinen Sinn. Das macht Rewus noch traurig, wenn ich es hier sehe. Boah, Tornado sieht geil aus. Von der Yokates, Gewerfer. Direkt aus Obenfitt Geld. Wir finden eine ganze Menge Geld. 5 Millionen. Hm. Was macht ich jetzt? Wir kriegen ganz so viel Geld her? Oh, Sheet. Ich will müll, aber es hat auch nicht genug Geld. Hm. das muss ein teil herkaufen und herkaufen wie komme ich jetzt gut an geld ran ich hier versuchen ich kann mein turm nicht mal ganz reparieren okay das das gebe ich ja auf also wenn wir hier mal zurück uns reparieren dann brauche ich kein fight machen jetzt kann ich reparieren ja blitz genau was würden denn reden kommen aber das habe ich ja nicht hier noch teile ich doch geld geschweige dann das was das tausend dann wird es ordentlich komplett gab oder ist das schon komplett geabgült doch dann muss ich ja genau die kosten breit anzeigen hat okay wir vielleicht noch zusammen warten ich glaube nicht dass es jetzt warten so schnell gehen wir noch nicht geschafft hier probieren wir einfach aus wie ich sagen also noch zwei steam strahlen aber geschafft die blitze sich richtig fett aus jetzt oh mein gott sind die bildler truppen was geht denn mit euch ab hier ich muss steam sammeln dringend was ist bei landungsschiffe ob jetzt alter was ist bei landungsschiffe ich werde mal zugekackt mit gegnern ich verstehe schon oh shit ich leite die alle mal nach hier ich leite die alle mal nach hier ok das ist ein bisschen einigermaßen ok das ist einigermaßen ok das funktioniert ja wie soll denn steht da rein oh kacke ich möchte unbedingt jetzt hier horne no ja so und so na jetzt klappt das doch auch von beiden Seiten kommen sie da an oh man ich bin jetzt hier weil es relativ schnell die wände zu gehen geht doch nicht betäuscht ich habe es geschafft ich habe es geschafft oh ja geil oh dialog überspringen ja komm noch eins davon danke geld oh ja schmeckt mir das ja das schmeckt mir richtig gut ich bin ja nicht mehr wechseln was es wird genervt es wird genervt wenn ich das upgrade mache es wird weniger schaden wait a minute weniger schaden die feuerrat die grunde die reichwärtige auch runter das ist doch absolut kacke das würde ich nicht haben würde das andere haben das macht ja gar keinen sinn ist das genervt denn aber eine große kill wird auch nicht besser auf die feuerrat sich auswirken auf den schaden aber kann ich mir vorstellen genervt alter ja es wird schlechter es schießt langsam es macht weniger schaden es hat weniger reichweite warum soll ich das upgrade überhaupt machen denn oder was schwerer kampfroboter blitz und zettensägen rauer blitze was artillerie okay oh ketten sägen und granaten alter 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 übertreibt man hier nicht so krass ok was die übertreiben wir komplett ohne dass eine chance dass die befestung kriege ich nicht so schnell eingenommen das kann ich dir versprechen also wurde davon von übertrieben wurde nur also es war minimal übertrieben was es wurde dann vielleicht ein bisschen zugestimmt aber noch ein bisschen war alles noch fair normalischer kampf bitte war nicht fair das war absolut sicherlich ich nehme mal keine güte mehr von allen das traurig finde ich ein bisschen traurig naja egal was mache ich jetzt eine rakete mehr verupgrade aber was so äh ne lieber nicht das macht meine rakete verschlechter da dann will ich das nicht das ist das ist das ist was das ist die mir oh shit ich hab nicht mehr nachgeladen die turnen ups die säge sind nicht aufgeladen jetzt aber so die säge sind gefallen bitte nachladen hier danke 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 so 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 loaded bitte alle nach oh komm alle raus hier du haben wir schön ab denn du haben wir ganz schnell ab denn ganz schnell habe ich gesagt so die auch noch hier das klappt doch jetzt wieder mein main scale gebiet hier einfach zu schwer kam viele einheiten also an ja ich habe ich kannte und dann gleich auf einmal das war doch gut aber schön das ist gesammelt bisschen geld kurze teile 10.000 kostet das etwas 10.000 boah nicht schlecht weiß ich vielleicht die heute schon mal hier sollten wir müssen Hilfe leisten 5200 1000 41100 lieber sie war das gekostet 4.000 hilfe oh mein gott so der helfen möchte wirklich weil das ist ganz schön teuer das rakete verteilt ich möchte nicht abgehen wenn er schlechter wird das ist so andere am gar auch ko so auch die und 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 ich ich thomas dieses mann ist relativ ist aber fast alles schon frei gedeckt hier war schon ganz viel gekämpft hier so müssen die rest die unten auch weg zu machen wenn die ober so leicht würde wir können wir das hier machen ja aber nächstes mal das spiel durchsagen ja weil es jetzt ich habe ich will es mal jetzt ist fast fünf stunden und ja das ist die schlimme die spiele gibt es dann schon schon jetzt haben gespielt auf naja steve und das ist ein wort schon ab da draußen kommen noch gar nichts ich bin noch im game als ob muss das spiel nicht in sind neu starten was den zeit fenster von einer halben stunde ok also fünf minuten ich wünsche euch auf auf twitter zu gut noch oder auf youtube wenn man es hier ab und zieht eine schöne abend ja ich jetzt bett oder youtube können gerne erst eine videobeschreibung drücken kommt zu meinem twitch kanal das geht vor oder lass ja ja ganz gut und so ja ok danke tschüss äh ansonsten es ist 1.25 ja ich wollte ja noch etwas schaffen mit vormittag einkaufen und pfand wegbringen pfand den kasten in der weg bringen und so uff ich nicht und so gerne machen und ich habe was für eine hilfe nach warschau geschickt ja im zug was so was so auch gott das sind mir gedacht keine ahnung deswegen war ich erst so verwundet ja ja ich würde mich sagen bis nächstes mal ab noch einen schönen abend und und tschüss noch geht auch wieder tschüss